Musik Volker Pispas, bis neulich, in der aktuellen Fassung von 2012, aufgenommen am 23. Februar im Forum Wasserturm in Meerbusch. Vielen Dank. Herzlichen Dank, guten Abend meine Damen und Herren. Willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt bis neulich, es ist und bleibt eine wilde Mischung, alte und neue Texte. Und wenn Ihr Lieblingstext nicht dabei sein sollte, müssten Sie quasi nochmal wiederkommen. Und Sie alle wissen, Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Griechen. Das Geld den Armen geben, eine der größten Pointen aller Zeiten. Da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tourneen. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarten immer aufheben. Wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, an der Stelle ist letztes Jahr noch schön gelacht worden. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie denn für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ich meine, das Ausbeutersystem, in dem wir leben. Das Jobwunder Deutschland. Wo findet das denn statt? Im Niedriglohnsektor. Eine Million Menschen arbeiten inzwischen bei Leiharbeitsfirmen. Die haben keinen Arbeitgeber, die haben einen Zuhälter. Aufstocker. Kennen Sie Aufstocker? Das sind die Menschen, die für drei, vier Euro die Stunde arbeiten. Die kommen bei einer vollen Stelle nicht mal auf die 700 Euro von Hartz IV. Das kriegen Sie dann aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Das sind 1,4 Millionen Menschen. Aufstocker. Wir haben Arbeiter, Leiharbeiter und Fonder-Leiharbeiter. Und wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was denn, was denn, was denn? Dann sagen Sie, halt einen Moment. Da holen Sie den großen Karton mit dem Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, ich war im Widerstand. Und was sagt die Kanzlerin? Deutschland geht es gut. Und das ist ein Grund zur Freude. Ja, es muss da mehrere Deutschland geben. Im Deutschland der Kanzlerin leben allerdings auch Menschen. Und da wird ja auf einem Niveau rumgejammert, um das uns 80 Prozent der Weltbevölkerung beneiden. Inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Und das Allerschönste ist, die, die wirklich überhaupt nichts haben, also diese Unterschicht, Entschuldigung, das darf man überhaupt nicht sagen, ich kann mir das nicht abgewöhnen, der Begriff Unterschicht heißt es ja, ist diskriminierend. Also zu eindeutig. Es hat ja lange Jahre nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber die haben die ja gefunden. Das war ein Sensationsfund, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Zwei Ethnologen von der Friedrich-Ebert-Stiftung haben damals eine völlig neue Lebensform entdeckt, mitten in Deutschland. Die Leute leben sehr versteckt in einer Flussbiegung. Nicht Düsseldorf. Und da haben die gesagt, diese Menschen hätten so wenig Geld zur Verfügung, die könnten am normalen gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, so kann man das nicht sagen. Das ist ja mein Liebstes. Wenn einer was gesagt hat und ein anderer sagt, so kann man das nicht sagen. Wo man es gerade so gesagt hat. Aber es kommt ja auch noch darauf an, wer es sagt. Auf der Unterschicht haben immer alle gerne rumgetrampelt. Beliebter Sport in Deutschland. Politiker, die von ihren eigenen Problemen ablenken wollen, haben immer auf denen rumgetrampelt, die sie nie wehren können. Die in der sozialen Hängematte rumturnen. Soziale Hängematte. Den Begriff hat übrigens Willy Brandt mal eingeführt. Oder darf ich mal Helmut Schmidt zitieren, unseren alten Weltökognom. Der hat als Kanzler 1980 gesagt, das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Sehen Sie, die Unterschicht ist überversorgt. Das ist sozialdemokratisches Kerngedankengut. Unter Überversorgung verstehen jetzt nicht die Pensionen der Politiker. Das ist auch nur eine Frau von Unterschicht, aber keine Überversorgung. Franz Müntefering hat es auch schon auf dem Pugel. Franz Müntefering, den haben Sie inzwischen aufs alte Teil geschoben, wobei so alt ist das Teil auch wieder nicht. Der hat gesagt bei der Hartz-IV-Diskussion, es gibt einen alten Spruch in der SPD, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Da weiß man, wo man dran ist. Und weil das immer so schön funktioniert hat, auf der Unterschicht rumzutrappeln, hat mein Außenminister, Dr. Guido Westerwelle, das vor zwei Jahren auch mal probiert. Der Westerwelle war damals in Schwierigkeiten, das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Er hatte seinen Amtsantritt komplett verbockt und hat dann versucht, mit einem populistischen Thema zu punkten, mit der Unterschichtsbeschimpfung, einstrebungsloser Wohlstand, spätrömische Dekadenz. Da wusste natürlich keiner, was er wollte. Er wusste ja selber nicht, was das heißt. Er hatte den Begriff irgendwo aufgeschnappt, muss man fairerweise dabei sagen. Woher soll der Westerwelle wissen, was spätrömische Dekadenz heißt? Der Mann hat Jura studiert. Ich bitte Sie, bleiben Sie realistisch. Das gilt sogar vor Gericht als milderner Umstand. Wie sagt schon Ludwig Thoma, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Fragen Sie meinen ehemaligen Bundespräsidenten. Das war schon eine wahnsinnige Nummer, oder? Ich meine, wir haben ja schon einiges an der Spitze dieses Staates gehabt. Wir hatten schon Bundespräsidenten, die haben Staatsgäste mit dem Namen ihrer Hauptstelle angesprochen. Aber sowas für den Wulf haben wir noch nie gehabt, oder? Also unglaublich. Ein Mitesser an der Spitze des Staates, dass man sowas noch erleben muss. Wir hatten schon Pickelhauben, aber ein Pickel an der Spitze des Staates, unvorstellbar. Und dieses Timing jetzt, das war nur wirklich Wahnsinn, oder? Dieses Timing, dass diese humorlosen Hannoveraner Staatserwälte ausrechnen an Altweiber. An Altweiber erklärten die, dass für diesen als Präsident verkleideten größten Jeck des Landes Schluss mit lustig ist. Das war schon großartig. Und dann ist ja ihre Toilität, Prinz Peinlich, Christian das Allerletzte, der ist dann ja nochmal in die Bütt gestiegen, am Freitag dann. Und da hat er nochmal seine Rücktrittsrede, da hat er nochmal so einen richtigen Kracher rausgelassen. Da hat er gesagt, ich bin immer aufrichtig gewesen. Da johlt das Volk, da tobt der Saale, will das Ganze noch einmal. Von wegen Wulf im Schafspelz. Der Mann ist ein Schaf im Wulfspelz. Aber dann ging es ja jetzt richtig los. Nach dem Wulf trat die Kanzlerin ans Mikrofon. Merkel hat diesen Mann vor 20 Monaten unter Aufbietung all ihrer Kraft durchgedrückt damals. Im dritten Wahlgang hat sie ihre eigene Partei, diesen Wulf, aufgezwungen. Und jetzt muss sie eingestehen, okay, das kann sie gut eingestehen, dass das, was sie schon im Jahr gesagt hat, eigentlich Schwachsinn war. Das ist eine ihrer leichteren Übungen. Sagen wir mal so, gäbe es die olympische Disziplin des Zurückruderns. Wäre Merkel ja unschlagbar. So stand sie dann mit zur Altweibermaske erstachtem Gesicht am Mikrofon und musste dann nochmal ihren großen Respekt bekunden vor dem, was sich dieses zweibeinige Payback-System da alles geleistet hat im Amt. Großer Respekt. Und sie hat dabei geguckt, als wenn sie ihm am liebsten mit Anlauf in die Körperteile treten würde, die der Mann gar nicht in der Hose hat. Jedenfalls, der Westerweller hat den Ton nicht getroffen. Er ist nicht angekommen mit seiner Beschimpfung der Unterschicht. Man muss den Ton treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Westerweller hat ja auch nie diese Souveränität und Ausstrahlung gehabt. Der Gauck, der wirkt ja zumindest wenigstens souverän. Kann man ja innerlich anderer Meinung sein. Aber der stellt was dar. Der Westerweller hat ja immer gewirkt wie so ein verkrampfter Oberstufensprecher. Deshalb ja auch der Generationswechsel. In der FDP, jetzt haben sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da muss man sie erst mal umstellen. Den Westerweller konnte man hassen, das war kein Problem. Aber den Rösler möchte man ja spontan erst mal so einen Arm nehmen. Komm Kleiner, das ist alles nicht so schlimm. Es wird schon, du wächst noch oder was man so sagt. Da ist die Merkel ja auch drauf reingefallen, offenbar. Jetzt hat er sie einmal gezeigt, aber das wird uns noch bereuen. Der ist noch nicht an Schmitz-Merkel vorbei. Das sage ich Ihnen. Der Sarrazin, der hat auch immer den Ton getroffen. Ja, der Sarrazin, das ist folge Stimme. Der hat ja auch lange geübt. Bevor der Sarrazin die Beschimpfung der Muslime als Geldquelle entdeckt hat, da hat der Sarrazin an der Unterschicht geübt. Da war der Finanzminister für die SPD in Berlin, da hat er Sprüche rausgehauen nach dem Motto, wo die Leute sollen im Winter in der eigenen Wohnung einen Pullover anziehen, wenn es kalt ist, statt die Heizung aufzudrehen. Wir können ja ein bisschen sparen. Hartz IV kriegen sowieso zu viel Geld hier. Für 2,30 Euro am Tag könnte man sich ausgewogen und wertstoffreich ernähren. Sehr schön von Sarrazin auch sein Satz. Er, der Sarrazin, er würde jederzeit für 5 Euro in der Stunde arbeiten gehen. Das hat er wohl auch dem Bundespräsidenten Wulff damals erklärt, als es darum ging, ob er freiwillig bei der Bundesbank früher aufhörte oder nicht. Sie können sich an die Situation erinnern, der Sarrazin hat ja richtig Wind von vorne gekriegt, wollte aber ja nicht zurücktreten. Und dann hat der Wulff in sich zur Brust genommen, als oberster Chef von allen Behörden. Und der Wulff, der weiß ja, wann man zurücktreten muss und wann nicht. Und in dem Gespräch hat der Sarrazin wohl gesagt, ja, er würde jederzeit für 5 Euro in der Stunde arbeiten gehen, aber als Pension hätte er doch gerne die vollen 11.000 Euro im Monat, ohne Abstriche. Da habe ich ja zum ersten Mal gemerkt, dem Mann geht es um die Sache und nicht ums Geld. Ungekrönt der Spruch von Sarrazin vom kalten Duschen. Die Menschen sollen kalt duschen. Hartz-IV-Empfänger bekommen ein bisschen heiß Wassergeld, falls sie das nicht wissen sollten. Das können wir auch einsparen. Kalt duschen sollen die, wörtlich, Warmdüscher haben es noch nie weit gebracht in diesem Land. Sagt ein Arztsohn, der schon als Kind zu heiß gebadet worden ist. So ein populistischer Mist ist nicht mutig, das ist widerlich, meine Damen und Herren. Und der war immer schon widerlich. Das sagt ja schon der Lateiner. Hässliche Gedanken hinter einem widerlichen Gesicht, oder war es umgekehrt? Sie kennen das noch von Roland Koch. Jedenfalls, die SPD wollte in Sarrazin damals schon loswerden. Aber feige, wie die Sozen sind, haben die nicht gesagt, da hinten hat der Maurer das Loch in die Wand gelassen, verpiss dich, keiner vermisst dich. Nein, sie haben ihn hoch befördert. Was macht man mit Politikern, die man los will? Man befördert sie hoch. Und das war ja das Problem mit dem Wulf. Wo sollte die Merkel mit dem noch hin? Der war ja schon entgelagert, politisch. Und der Job in Rom ist ja noch nicht wieder frei. Den Sarrazin haben sie damals in den Vorstand der Bundesbank hochgelobt. Die Bundesbank wusste gar nicht, was sie mit dem sollten. Was sollen wir denn mit dem jetzt hier? Ja, wie immer, wenn wir einen schicken, hat die SPD gesagt. Im Schreibtisch, 20.000 Euro im Monat und Ruhe ist. Ja, von wegen Ruhe ist. Dann hat der Sarrazin in der Deutschen Bundesbank innerhalb von 17 Monaten dieses Fachreferat für Rassenforschung und Genetik aufgebaut. Das kannten die da vorher überhaupt nicht. Die hatten da immer nur Geld gezählt. Und der Sarrazin hat auf einer öffentlichen Veranstaltung erklärt, dass er Zeit gehabt habe, dieses Buch zu schreiben, weil im Vorstand der Bundesbank nichts zu tun gewesen wäre. Ab Dienstagmittags hätte er keine Termine mehr gehabt. Nichts zu tun. Für 20.000 Euro im Monat. Ist ja leistungsbezogen, ist ja klar. Und ich habe dann sofort gedacht, das ist doch nicht der einzige Dödel, der im Vorstand der Bundesbank da rumtut. Was macht der Rest denn wohl so? Und der eine wird seine Popel auf dem Schreibtisch sortieren, schätze ich mal. Wieder eine bemalt Kacheln oder tätowiert so einen Hamster, was man halt so macht, ne? Ich will das ja auch gar nicht wirklich wissen. Ich sage immer, Hauptsache das Gesindel ist von der Straße. Ich hätte das Buch von dem Sarrazin nicht kennenlernen müssen. Nach meinem Geschmack hätte das neben dem Popel von dem Kollegen verschimmeln können. Und das wäre auch so passiert. Das ist nämlich ein obskurer, kleiner Verlag gewesen. Da hätte kein Mensch den Titzfonds genommen. Da steht doch nichts Neues drin. Alte Stammtischparolen, zurechtgebogen, ein paar zurechtgebastelte Statistiken. Großartig. Ja, die Migranten, die Migranten. Einer muss da schuld sein. Wir hatten Wirtschaftskrise, da ist das Buch erschienen. Die Deutschen haben Angst um ihren Lebensstandard. Große Weltwirtschaftskrise damals auch. Da musste auch einer schuld sein. Einer muss immer schuld sein, wenn Krise ist. Und sagen wir mal ehrlich, Juden sind nicht mehr genug da. Da muss halt eine neue Religion her, die schuld ist. Einer muss schuld sein. Nein, die Migranten sind schuld, ja. Meine Damen und Herren, 20% der Menschen, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen und die Sozialversicherungssysteme am Laufen halten, sind Migranten. Ohne diese Menschen würde hier alles zusammenbrechen. Anstatt, dass wir jeden Tag dankbar sind, dass die hierher gekommen sind und sich die zum Teil wüsten Beschimpfungen anhören, die wir über sie ergießen, anstatt zu sagen, wir hauen ab, wir lassen die Deutschen im Dreck sitzen. Anstatt, dass wir dankbar sind, kritisieren wir noch ständig, dass sie sich nicht genug integrieren. Wer definiert das, wann man integriert ist? Mir ist wichtig, dass sich jemand an die Gesetze hält, die wir in diesem Land haben. Das reicht mir als Integration völlig aus. Entschuldigen Sie mal, was interessiert mich, ob einer Kopftuch trägt oder nicht? Religion ist immer ein bisschen komisch. Es gibt katholische Akademiker, die glauben ernsthaft, dass man Homosexualität mit Globuli heilen kann. So was läuft ja hier auch frei rum. Die meisten Migranten, das ist wunderbar, dass sie hier sind und wir können dankbar sein, das funktioniert einwandfrei. Ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Das ist völlig richtig, das darf man doch offen sagen. Das ist überhaupt kein Tabu. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme in diesem Land. Das hat mit Kultur überhaupt nichts zu tun. Es gibt Verbrecher, die an Allah glauben und Verbrecher, die an Gott glauben. Da können weder Allah noch Gott was für. Oder glauben Sie, dass man diese Neonazi-Glatzköpfe noch irgendwie integrieren könnte in dieses Land? Sehen Sie, da wäre man ja froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber der Deutsche ist ja besessen, Ehrenmord, Ehrenmord. Das, das beschäftigt den Deutschen. Da muss was passieren, Ehrenmord, ja. Was wollen Sie dagegen machen? Wollen Sie es verbieten? Könnte es ja sein, dass Mord schon verboten ist? Was ist hier los? In diesem Land werden ständig Menschen umgebracht. Vor allen Dingen auch von eigenen Familienangehörigen. Auch in deutschen Familien passiert das. Verlassene Ehemänner, die es nicht ertragen, dass die Familie ohne sie weiter existiert. Am Ende noch mit einem neuen Familienoberhaupt. Das haben Sie inzwischen jede Woche in der Zeitung. Er erschießt seine Ex und den Neuen oder er erschießt seine Ex und die Kinder oder er erschießt sich und die Kinder. Nennen Sie das Ehrenmord? Nee, das ist normaldeutsch. Wir haben jede Menge Probleme in diesem Land. Wir haben zu wenig Lehrer. Zehn Prozent der Stunden fallen inzwischen aus. Das ist ein ganzes Schuljahr auf die Karriere eines Kindes bezogen. Es gibt zu wenig Kindergärter und zu wenig Kindergärterinnen. Es gibt zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Altenflieger. Es gibt zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrlehrer. Es brennt an allen Ecken und Enden in diesem Land. Vor allem in den sozialen Bereichen. Und die Menschen, die da arbeiten, gehen auf dem Zahnfleisch. Nur wenn Sie Deutschland nur aus dem Ausland, aus der Zeitung kennen, kriegen Sie manchmal das Gefühl, unser größtes Problem ist hier der Islam. Weil sich einige nicht integrieren wollen. Deshalb geht Deutschland zugrunde. Weil Frauen das Kopftuch nicht ablegen wollen. Deshalb liegen bei uns im Altersheim die alten Leute in der eigenen Scheiße in der Ecke rum oder was. Womit beschäftigen sich die Medien und womit nicht? Das ist eine ganz spannende Frage, meine Damen und Herren. Versuchen Sie mal einen Artikel über die Zustände in Altersheimen unterzubringen in der Zeitung. Kleiner Artikel, Seite 16. Unter ferner liefen. Achte bringt eine Doku nachts um 3 Uhr. Wenn Sie aber verkünden, dass Sie morgen auf dem Marktplatz hier öffentlich den Koran verbrennen, da rücken Sie mit 20 Kamerateams ein. Dann ist die Presse voll dabei, dann sind Sie in der Mittelpunkt, da haben Sie die Titelseite. Terry Jones, der Mann, der den Koran verbrennen wollte und dann tatsächlich verbrannt hat. Dieser Spinner hat acht Jahre lang in Köln gelebt und gepredigt. Der ist in Köln unter den anderen Jecken überhaupt nicht aufgefallen. Multikulti ist tot. Wenn ich so einen Satz schon höre, Herr Seehofer, ich lebe doch auch mit Ihnen in einem Land. Und Sie sind doch mit Ihrer Vielweiberei dem Islam sehr viel näher als... In Köln haben Sie das komplette Multikulti-Programm. Da haben Sie eine riesen Schwulen- und Lesbiengemeinde. Da haben Sie gemäßigte Muslime. Sie haben auch islamistische Hassprediger. Die gibt es ja wirklich, diese Spinner. Genauso wie Sie in Köln gemäßigte Katholikinnen haben und Kardinal Meisner. Sie haben das ganze Spektrum. Dann sagt der Kölner, jeder Jecke ist anders und man kann irgendwie zusammenleben. Dann zieht dieser Terry Jones in seiner Heimat die USA zurück. Der zieht in den Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner. Er schacht eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich. Und von dem hätte nach wie vor keine Sau jemals so Titz genommen, wäre denn hier auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbreiten. Sofort weltweite Aufmerksamkeit. CNN berichtet, der amerikanische Präsident muss Stellung beziehen. In meiner Tagesschau haben die jeden Abend 13 Minuten Zeit, über das Wichtigste vom Tage aus aller Welt zu berichten. Und fast zwei Wochen lang haben die jeden Abend zwei Minuten über einen Wichser berichtet, der sie einem Kaff in den USA einen runterholen wollte. Das ist Journalismus, oder? Ich habe noch gelernt, wenn einer wichst, da gucke ich weg. Terry Jones, das wäre ein Fall für die Geheimdienste gewesen, um sowas mal geheim zu halten, oder? Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt, die hätten das auch mal gut machen können. Ich hätte im Terrorismus auch gar nicht getan. Ich hätte den einfach eingepackt, samt Feuerzeug, Benzinkanister und Koran, und hätte den Kabel auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und dann hätte ich gesagt, so, Reverend, dicke Lippe, live ist doch sehr viel schöner als im Fernsehen. Hier ist Ihre Zielgruppe. Der Herr sei mit Ihnen. Top, die Wette gilt. Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Idiot, mit dem keiner was zu tun haben will. Und jeder von Ihnen, der in dem Augenblick an jemanden ganz bestimmt ist. Aber die will ich doch dann hier auch noch in der Tagesschau sehen. Dasselbe mit dem Sarrazi. Warum ist er mit diesem Buch bekannt geworden? Die Migranten, die Migranten, die Furcht vor dem Islam. Meine Damen und Herren, wer gefährdet denn dieses Land? Wer hat auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Und da sind die 10 Ermordeten jetzt von der NSU noch gar nicht dabei. 100 Menschen haben die auf offener Straße erschlagen in den letzten 20 Jahren. Einfach so. Weil sie wie Türken aussahen oder farbig waren. Zu Tode gehetzt, in Fensterscheiben gejagt, totgetrampelt. Das ist deutsche Kultur. Nein, das sind natürlich alles Einzelfälle, 100 Einzelfälle. Aber Sarrazi muss sich natürlich mit dem Migranten beschäftigen. Warum wird so ein Buch bekannt? Das war die Bild-Zeitung, nicht? Die Bild-Zeitung, dieses Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. Wissen Sie, was noch widerlicher ist als die Bild-Zeitung und die Prominenten, die für sowas noch Werbung machen? Von Gottschalk bis Alice Schwarzer, alle dabei. Mit sowas kann man Staat machen. Die Bild-Zeitung hatte Not. Es war Sommer vor anderthalb Jahren. Die schwarz-gelbe Bundesregierung war in Schwierigkeiten, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Die hatten ihren Amtsantritt so verbockt, dass sogar die konservativen Zeitungen schrieben, das kann doch gar nicht sein, so eine schlechte Regierung haben wir noch nie gehabt. Als die Rheinische Post anfing, sich nach dem rot-grünen Chaos zurückzusehen, dann wusste man, was die Stunde geschlagen hatte. Gerhard Schröder galt plötzlich wieder als Staatsmann. Schröder das Äffchen, wo man immer gedacht hatte, wenn ihm die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus. Die CDU sackte unter 30% in den Umfragen. Die FDP war da, wo sie heute auch ist und vom Namen her ja hingehört. FDP fast 3%, es ist nun mal so. Die Grünen kamen hoch, die SPD hatte sich erholt von ihrer grausamen Wahlniederlage bei der letzten Bundesratswahl und die Bild-Zeitung sagte, so geht das nicht weiter. Wir schreiben die ganze Zeit schlecht über CDU und FDP, wir machen unsere eigene bürgerliche Koalition kaputt, da muss jetzt was passieren, wir müssen jetzt der SPD auch mal wieder was aufs Bein hängen, da muss es da auch einen Deppen geben, wo wir was schreiben können. Ja, hier ich, hat der Sarrazin gerufen. Ich habe euch schon was vorbereitet. Und dann fünfteiliger Vorabdruck in der Bild-Zeitung und dann ist es nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Anstatt, dass da wieder alle anständigen Menschen sagen, es hat im Wichsblatt gestanden, darüber redet man nicht. Selbst wenn man es heimlich gelesen hat. Nein, dann kommen die Medienmaschinerie, dann kommen die öffentlich-rechtlichen Talkshows, diese Wiederkäuer-Veranstaltungen da. Da wird das nochmal einmal. Wenn Sie sich Ochsen-Esel-Gute-Nacht sagen, das nennen wir ja Talkshow. Jeder darf da ran, Anne will und kann nicht und wer sich da alles versucht. Wenn Sie die Woche hinter sich haben, kommen Sie doch vom Regen in die Jauche. Es ist ein Elend. Die SPD ist natürlich auch über das Stöckchen gesprungen, das man hier hingehalten hat, anstatt einfach zu sagen, ja, es gibt in jeder Familie einen Depp, der Sarrazin ist unserer. Können wir jetzt bitte wieder über Inhalte der schwarz-gelben Bundesregierung reden? Nein, Parteiausschlussverfahren, noch eine Talkshow-Runde. Der Mann wurde noch wichtiger, fast zum Märtyrer aufgeblasen. Und dann, wenn es darauf ankommt, den Sarrazin endlich aus der Partei zu schmeißen, dann knarfen die Sozen wieder den Schwanz ein. So kennen wir sie seit Kurt-Tucholsky, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokratie ist und bleibt die Vorhaut der Arbeiterklasse. Wenn es ernst wird, ziehen Sie sich zurück. Man hätte dem Sarrazin direkt sagen sollen, was kümmert es die stolze Eiche, wenn das Borstenvieh sich daran schuppt. Oder wie Matthias Belz vielleicht geschrieben hätte, ob Muhel ziehen, ob Sarrazin, am besten ist, man hört nicht hin. Aber ich bin ganz von meinem Thema abgekommen. Es ging darum, dass man nicht Unterschicht sagen darf. Und da hat der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag eine schöne neue Formulierung gefunden. Den kennen Sie alle, den Mann, der spricht eine ganz eigene Sprache, Kauderwelsch. Der hat gesagt, ich sage nicht Unterschicht, denn das ist diskriminierend. Ich sage Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen. Und das ist korrekt formuliert. Das ist politisch korrekt. So wollen wir das haben. Wir sagen nicht mehr Idioten, wir sagen bildungsferne Schichten. Da steckt das noch Bildung noch drin, man kann mal winken von Weitem. Demnächst sagen wir auch nicht mehr Arme, wir sagen einkommensferne Schichten. Kennen Sie schon das neue Wort für anständig? Wulffern. Der war jetzt von mir. Aber hier, den hat mir ein Sozialarbeiter geschrieben. Ich kriege viele Mails inzwischen. Herr Bisper schrieb, der interessiert Sie vielleicht. Wir sagen nicht mehr verhaltensauffällige Kinder, wir sagen verhaltensoriginelle Kinder. Schöner kann man den Westerwelle gar nicht beschreiben, oder? Westerwelle, das ist doch ein Phänomen. Der Mann hat einen Ägitt-Faktor. Das ist nicht von mir, das haben Parteifreunde von ihm gesagt. Er hätte einen Ägitt-Faktor, der es ihm unmöglich macht, weiter Parteivorsitzender der FDP zu sein. Als Außenminister ist das kein Problem mit dem Ägitt-Faktor, dem Ausland, dem gönnen wir das ja. Er hat einen Ägitt-Faktor und mit dem hat er dann den Arabischen Frühling begleitet als Außenminister. Das ist doch großartig. Westerwelle hat den Arabischen Frühling, er war ja mit, also der Initiatoren, auf dem Tahirplatz war er da, also als die Sache gelaufen war. Ist das aber korrekt? Er war auch jetzt nochmal da. Ganz vor kurzem hat er die Fortschritte des Ägyptischen Militärrates gelobt. Das war am Tag vor dem Anstoß von dem wunderbaren Fußballspiel. Westerwelle hat ein Händchen, er weiß, wen man unterstützen muss und wen nicht. Der Arabische Frühling, da blüht natürlich die deutsche Seele auf, denn man sieht, wie die Diktatoren da ins Meer gejagt werden. Leider stürzen sich ja viele hinterher und wollen zu uns rüberschwimmen. Das ist etwas falscher Stand der Freiheit, das muss man den Leuten noch erklären. Wir Deutsche sind ja die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Und das muss denen erst noch erklärt werden. Die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Für den Deutschen gilt vor allen Dingen, freie Fahrt für freie Bürger. Und dann steht der Deutsche an der Zapfsäule, stacht auf den Benzinpreisen und sagt, so schlimm war der Gaddafi ja nun auch wieder nicht. Genau wie jetzt. Jetzt ist der Benzinpreis noch höher. Warum? Weil Ahmadinejad die Bombe haben will. Da sagt der Deutsche Autofahrer auch, ja lass doch die Bombe haben, wenn der Benzinpreis wieder fällt. Das kann doch nicht der Preis sein, den wir bezahlen müssen. Aber ja die Angst vor der islamischen Bombe, vor der christlichen Bombe hat keiner Angst. Wissen Sie, welches dann als einziges bis jetzt eine Atombombe gegen Menschen eingesetzt hat? Die USA, oder? Als dieser Krieg längst entschieden war. Nur um nochmal zu zeigen, was sie können. Natürlich haben solche Menschen Angst, dass andere die Atombombe auch einsetzen könnten, oder? Könnte es sein, dass der Iran die Atome aber wirklich haben will, aber nur um nicht angegriffen zu werden? Denn welches Land auf der Welt ist von den Amerikanern bis jetzt noch nicht überfallen worden? Welche Schweinediktatur? Nordkorea zum Beispiel, die haben die Bombe. Alle Länder, die die Bombe nicht hatten, sind nach und nach irgendwann mal überfallen worden. Könnte es sein, dass der Iran die Bombe gerne hätte, um auf der sicheren Seite zu sein? Aber solche Diskussionen, der Irre von Teheran, der wird auch noch gestürzt, keine Sorge. Genau wie der Assad, mit dem haben wir auch jahrelang prima Geschäfte gemacht. Das war auch ein stabiler Faktor, ne? Genau wie ja auch Saddam Hussein jahrelang für uns ein stabiler Faktor war. Damals haben die Amis ja noch den Hussein mal auf den Khomeini gehetzt. Das ist auch immer schön. Leute sind mal gut und mal schlecht und sie machen immer dasselbe. Rebellen zum Beispiel. Rebellen finden wir Deutschen toll. Rebellen finden wir klasse. Der Deutsche liebt Rebellen, weil das deutsche Volk selbst so rebellisch veranlagt ist. Wissen Sie doch, wer der Top-Rebell war, der für uns die Russen uns Afghanistan vertrieben hat? Damals, als die Russen noch genauso Schweine waren wie der Gaddafi und der Assad. Als der Putin noch das Blut in den Händen hatte als KGB-Chef. Wissen Sie, wie der Mann hieß, der die Russen aus Afghanistan für uns vertrieben hat? Bin Laden. Osama Bin Laden, ganz genau. Das war unser Top-Rebell. Der hat ja letztes Jahr erst sein Dankeschreiben bekommen. Das ist fast spätig zugestellt worden. Die Adresse war irgendwie nicht mehr aufzufinden. Ja, der eine kriegt einen Ordner im Band, der andere kriegt eine Kugel im Kopf. Das entscheidet der amerikanische Präsident in der Aktenlage. Da wird doch kein Prozess gemacht. Da müssen Sie sich nichts vormachen. Also nicht mal mehr kurzer Prozess. Nicht mal mehr Schauprozess. Das hat der amerikanische Präsident nicht nötig. Obama erstellt Todeslisten. Es gibt eine Liste, da stehen Menschen drauf, die der amerikanische Geheimdienst ohne Rücksprache jederzeit einfach übel auf der Welt abknallen kann. Das ist das Vorrecht eines Friedensnobelpreisträgers. Ja, der Obama musste ja auch noch was leisten erst. Der hat ja den Friedensnobelpreis ja gekriegt, ohne vorher jemals was auf die Beine gestellt zu haben. Sehen Sie, der Kissinger, der hatte damals die Ermordung vom Geheimdienstschiff von Alien in Auftrag gegeben. Der Arafat, der Begin, das waren selber Terroristen in jungen Jahren. Die haben richtig selber Menschen umgebracht. Da wusste man, warum die den Friedensnobelpreis gekriegt haben. Der Obama muss ja jetzt erst noch, der hat ja quasi eine Bringschuld. Und das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten. Sehen Sie, einer dieser Top-Rebellen, die den Gaddafi gestürzt haben, der war vor ein paar Jahren noch als Al-Qaida-Kämpfer in Afghanistan unterwegs. Dann haben die Amerikaner vor Jahren in Afghanistan aufgegriffen, als Al-Qaida-Kämpfer nach Guantanamo verschleppt, da ein bisschen rumgefoltert, dann haben sie den ausgewiesen nach Libyen. Der Gaddafi hat auch noch ein bisschen rumgeschnipselt, dann ist er wohl irgendwie entkommen und hat sich dann den Islamisten angeschlossen, die gegen Gaddafi gekämpft haben. Von den Amerikanern unterstützt die jetzt wieder. Der Mann steht auch jeden Morgen auf und fragt sich, wer bin ich heute? Rebell? Terrorist? Rufen die Amis an? Was schicken die heute? Geld oder eine Kugel? Ganz spannende Fragen. Noch schöner fand ich ja, dass der Westerwelle ein einziges Mal in seinem Leben einen vernünftigen Satz gesagt hat. Nämlich, Libyen ist ein Bürgerkrieg, da dürfen wir uns nicht einmischen. Und dann kriegt er aufs Maul. Da sagt er mal was Vernünftiges und kriegt aufs Maul. Das ist doch Deutschland, oder? Natürlich war das ein Bürgerkrieg, genau wie Afghanistan ein Bürgerkrieg ist. Seit 35 Jahren ist ein Afghanistan-Bürgerkrieg. Das sind Stammesgesellschaften, die bekämpfen sich permanent untereinander. Diese Nordallianz mit dem Kaser, die da jetzt regiert. Meinen Sie, das hat irgendwas mit Allianz, so was wie unsere Versicherung zu tun? Das sind Räuberbannen, also doch. Aber die bekämpfen sich immer wieder mal untereinander. Mal der mit dem gegen den und dann mal mit den Taliban gegen den und mal alle gegen die Taliban. Das ist ein Hin und Her. Und wir unterstützen seit 35 Jahren in Afghanistan mal die Seite und mal die Seite. Deshalb sind wir inzwischen bei allen so beliebt. Der Westen hat völlig recht gehabt. Und er ist dafür verprügelt worden. Die Merkel hat ja der Enthaltung im Sicherheitsrat zugestimmt. Die Merkel ist nicht verprügelt worden. Weil die Merkel hat nicht gesagt, wir enthalten uns, weil es ein Bürgerkrieg ist. Die Merkel hat gesagt, die Bundesregierung steht voll und ganz hinter der Resolution gegen Gaddafi. Und enthält sich deshalb. Das ist Merkel. Das ist Dialektik. Die schwarfelt so lange, bis keiner mehr merkt, was sie überhaupt gesagt hat. Und kommt aber damit durch. Vielleicht nehmen Sie sich mal ein Beispiel. Ich bitte alle Menschen, die voll und ganz hinter der Merkel stehen, sich bei der nächsten Wahl einfach mal zu enthalten. Vielleicht kommen wir dann vorwärts. Ich weiß es nicht. Was an Westen natürlich wieder grandios war, als dann die NATO den Gaddafi aus dem Amt gebombt hatte, da stellt der Westen, weil er sich dann hin und behauptet ernsthaft, er habe das mit seinen Sanktionen bewirkt. Das ist natürlich wirklich, ich meine, das nennt man betreutes Regieren. Und der behandelte Arzt ist ihm ja als Parteivorsitzender dann auch vor die Nase gesetzt worden. Der darf jetzt immer sagen, was der Westwelle sagen soll. Ganz spannende Sache, diese ganzen Konflikte da. Die Diktatoren, mit denen wir Geschäfte gemacht haben, wussten Sie, dass der Mubarak ein Diktator war? Das hat man doch gar nicht gewusst. Der Schröder hat mit dem Mubarak und dem Putin mal zusammen Geburtstag gefeiert. Alles lupenreine Demokraten. Und ich meine, gucken Sie mal Ägypten jetzt an. Die koptischen Christen werden da verfolgt. Das wäre doch unter Mubarak nicht passiert. Die haben doch da auch Sicherheit geboten und Stabilität geboten. Machen Sie sich nichts vor. Warum haben wir die denn all die Jahre unterstützt? Und Waffen geliefert. Auch Gaddafi haben immer Waffen geliefert. Und plötzlich hieß es Embargo. Waffenembargo. Er soll erst mal das Zeug aufbauen, was er bis letzte Woche gekriegt hat. Und dann wieder meine Bundesregierung sagt, nein, an der Kontrolle des Waffenembargos darf sich der deutsche Soldat nicht beteiligen. Die deutschen Soldaten mussten abziehen, da im Mittelmeer. Warum wollten die nicht, dass die deutschen Soldaten das Waffenembargo mitkontrollieren? Hatten die Angst, dass deutsche Soldaten auf deutsche Waffenhändler schießen müssen? Entschuldigen Sie bitte, wir sind der drittgrößte Waffenexploteur der Welt. Da sind wir mühsam zu aufgestiegen. Wir waren jahrelang nur der viertgrößte Waffenexploteur der Welt. Sie wären nicht der drittgrößte Waffenexploteur der Welt, wenn Sie Waffen nur an Leute liefern, die die nie benutzen. Waffen nicht in Spannungsgebiete liefern. Wer denkt sich denn so was aus? Wohin denn sonst, wenn Sie Schuhe nur an Bettlegerige verkaufen? Rüstungsexporter, das sind doch tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland. Das ist doch mit ein Teil unseres Wohlstands. Das ist ein Milliardengeschäft. Weltweiter Frieden, dafür darf man beten, aber doch nur weil sichergestellt ist, dass das nicht hilft. Wenn morgen der Frieden auf der ganzen Welt ausbrechen, sind bei uns tausende arbeitslos. Und wir liefern nicht in die Waffen, wir liefern ja auch Prothesen. Wir sind wieder ein Top-Anbieter von Prothesen. Ja, das sind ja Systemangebote, die wir da machen. Wir haben das Know-how für Bein ab und Bein dran, das ist das doch. Das ist die Freiheit. Freiheit, Freiheit, Waffen zu verkaufen, Freiheit, Geschäfte zu machen. Deshalb bin ich immer so skeptisch, wenn der Gauk nur die Freiheit betont, meine Damen und Herren. Denn mit Freiheit kann man doch Unsinn anstellen. Wenn die Freiheit nicht mit Solidarität und Gerechtigkeit zusammenherkommt, dann ist Freiheit erstmal gar nichts. Aber das ist die Freiheit, für die unsere Regierung steht. Die Merkel hat sich von der Westenwelle nie distanziert. Auch nicht inhaltlich damals bei der spätrömischen Dekadenz. In solchen Fällen sagt die Merkel dann, das ist nicht mein Duktus. Ja, die Kanzlerin hat ein Duktus. Auch von dieser Stelle nochmal gute Besserung. Der Duktus der Kanzlerin ist durch Fukushima nicht wirklich besser geworden. Ich meine, sie klang vorher schon oft sehr verstrahlt, aber... Der vorläufige Höhepunkt war für mich ihre Reise in die USA im letzten Sommer. Da war sie bei Obama und hat diese Friedensmedaille da bekommen. Und da gab es halt eine kleine improvisierte Pressekonferenz vor dem Weißen Haus. Das muss improvisiert gewesen sein. Solche Reden kann man nicht schreiben. So geduldig ist nicht mal Papier. Ist ja auch nichts gegen zu haben. Und sie hat es auch nicht auf Englisch versucht. Ich wollte noch etwas Positives erwähnen. Sie hat nicht den Oettinger gegeben. Aber ob man das alles einfach so live im Radio übertragen sollte, ich weiß nicht. Ich höre Radio oft im Auto. Ich fand das sehr verkehrsgefährdend. Jedenfalls ist es mir wirklich so passiert. Ich war im Auto unterwegs auf der Autobahn. Und höre aus dem Radio plötzlich die Stimme meiner Kanzlerin. Ohne Vorwarnung. Lieber Barack. Da dachte ich noch, ist schon Spaß um fünf. Aber sie war es selber. Das merkt man immer daran, sie ist selber nicht so gut wie die, die sie nachmachen. Lieber Barack, ich danke dir für die intensiven, vertrauensvollen Gespräche. Das war ein sehr intensiver, vertrauensvoller Austausch. Und da dachte ich noch, sie geht jetzt in diese übliche inhaltlose Endlosschleife. Aber dann kam ein Satz. Da sagt diese Frau, und auch wenn wir beide anders aussehen als unsere Vorgänger, so nah war ich der Leitplanke noch nie. Ich dachte, jetzt ist der Lübcke in die Merkel gefahren. Aus welchem Fundus nimmt man so einen Satz? Selbst wenn man völlig den Faden verloren hat. Nun sieht die Merkel ja dem Kohl noch ähnlicher als der Obama den Busch. Das ist doch... Es ging noch weiter. Auch wenn wir anders aussehen als unsere Vorgänger, haben wir doch eine Menge zu besprechen. Da können sie als Dolmetschen nur sagen, ich habe Durchfall. Obama soll gesagt haben, ja, nee, ist klar. Am Tag nach Fukushima saß die Merkel auf dem Podium und sagte, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Da geht die Endverschiebung mitten durch den Gedankengang. Das Baby hat Japan 2,4 Meter näher an den Kontinent gerückt und die Merkel näher an den Wahnsinn ran. Es ist unglaublich. Fukushima. Ein riesen Atomkörpershof. Es musste was passieren. Auch hier musste was passieren. Und das ist dann der Moment, wo die Merkel eigentlich immer eher unwillig ist. Weil sie ist sehr gerne Kanzlerin, aber mit dem Regieren hat sie es nicht so. So Gesetze machen und so, das ist nicht so ihr Ding. Also wenn es gar nicht anders geht, dann reagiert sie. Sie ist ja im Grunde selber ein Reaktor. Sie ist kein schneller Brüter. Aber sie ist der Kernschmerz sehr nah inzwischen. Was hat sie gemacht? Da ist sie sich nicht treu geblieben. Sie hat ein Moratorium gemacht. Also nix auf Latein. Und dann kam der Stresstest für die Kernkraftwerke. Der Stresstest für die deutschen Kernkraftwerke, das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger an dem Wochenende anders abgestimmt, wären die deutschen Kernkraftwerke am Tag danach wieder sicher gewesen. Können sie fest von ausgehen. Aber so wurden sofort acht Altmaler stillgelegt. Das hat die Merkel auch ganz ohne Gesetz gemacht. Erstmal so, das kennt ihr noch aus dem Politbüro. Die Klagen laufen ja auch jetzt alle noch. Acht Altmaler wurden stillgelegt, wo sie uns jahrelang erzählt haben, man kann die gar nicht stilllegen. Da bricht bei uns die Stromversorgung zusammen, da gehen die Lampen aus. Der berühmte Spruch, da gehen die Lampen aus. Das wollten wir doch nie wieder haben. Wir wissen doch, wie schrecklich das war damals, als Wackersdorf und Kalka nicht zu Ende gebaut wurde und wir jahrelang im Dunkel gesessen haben. Wissen Sie doch noch. Dann haben sie gesagt, ja, die acht Altmaler jetzt im Frühjahr, macht es ja noch gehen, aber warte mal, wenn der Winter kommt, wenn es richtig kalt wird, dann haben wir Stromhängpässe. Jetzt haben wir den kältesten Winter aller Zeiten gehabt und wir exportieren noch Strom. Die haben die acht Altmaler abgestellt, wir exportieren noch Strom nach Frankreich, die nur Kernenergie haben. Aber auch uns kann man es ja erzählen. Und die Kanzlerin erzählt uns, ja, sie habe das mit der Kernenergie jetzt nochmal völlig neu eingeschätzt. Ja, Spaß um fünf, habe ich gedacht, ne? Glauben Sie, das ist so ein Quatsch? Die Frau ist Physikerin, die hat ein halbes Jahr vor Fukushima die Laufzeiten der Kraftwerke nochmal extra verlängert. Die ist aus dem Ausstieg ausgestiegen mit der Begründung, wir haben die sichersten Kraftwerke der Welt. Da kann überhaupt nichts passieren. Und all die Einwürfe, die wir gemacht haben über 30 Jahre, vor wegen der Gefahr mit Erdbeben und allem. Ach, das ist doch alles Quatsch, hat es immer geheißen. Alle 10.000 Jahre passierte ein schlimmer Unfall im Kernkraftwerk. Was glaubst du eigentlich, wie oft du dabei bist? Ja, 79 war Harrisburg, 86 war Chernobyl. Da waren die ersten 10.000 Jahre meinem Leben schon mal um. Jetzt schon wieder 10.000 Jahre um und Sie wundern sich, dass die Merkel so alt aussieht. Glauben Sie wirklich, die Physikerin Angela Merkel hat nochmal die Bücher aus dem Schrank geholt und nochmal nachgeguckt? Kraftwerke, Flugzeuge, Schwerkraft, scheiße. Die Frau hat doch keine Angst vor der Kernschmelze in deutschen Kraftwerken. Die Frau hat Angst vor der Kernschmelze in der Wahlurne. Das ist alles, wo die Angst vor hat. Die interessiert keine politischen Inhalte. Diese Frau interessiert nur, ob sie wiedergewählt wird. Für was und von wem ist ihr völlig egal. Das ist ja das Schlimmste an der ganzen Frau. Die steht inhaltlich für gar nichts. Die hat sich bis jetzt noch von allem verabschiedet, was sie jemals inhaltlich vertreten hat. Und dann wird sie doch gelobt, dass sie in der Lage ist, eine falsche Meinung zu korrigieren. Das macht sie aber jedes halbe Jahr. Sie hat die Hauptschule verteidigt. Als unabdingbar ist inzwischen gestorben, die Hauptschule. Sie hat die Wehrpflicht verteidigt. Die brauchen wir auf jeden Fall. Haben Sie abgeschafft. Sie hat für die Kopfpauschale gekämpft. Damals extra eine Kommission mit Roman Herzog. Das einzige vernünftige im Gesundheitswesen eine Kopfpauschale. Das Wort Kopfpauschale war in den Deutschen nicht zu vermitteln. Hat sie das System beerdigt. Im Moment ist sie sehr für Demokratie. Ich mache mir große Sorgen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Frau nicht für alle Fälle noch ein altes FDJ-Häppchen im Schrank hängen hätte. Die steht für nichts. Die kennt diesen Luthersatz nicht. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Die Merkel kennt nur Kohl. Hier sitze ich und ihr könnt nicht mal. Und die kommt damit durch. In der Großen Koalition gab es Zeiten, da fanden in der Umfrage 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%. Ich bin da fest von überzeugt. Die Deutschen bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Die kommt damit durch. Die steht im Bundestag und sagt, Deutschland geht es gut und das ist ein Grund zur Freude. Und in derselben Woche standen in allen Zeitungen, dass 25% der Deutschen sich auf Altersarmut freuen dürfen. Ein Viertel unserer Bevölkerung, wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Wenn wir das mal konkret zu Ende rechnen, meine Damen und Herren, ab dem Jahr 2030 stehen Ihnen dank der rot-grünen Rentenkürzungen noch 43% vom letzten Netto als Rente zur Verfügung. Was das dann sein wird, das weiß ja keiner in absoluten Zahlen. Ob die Löhne bis dahin steigen oder fallen, kann doch mal eine 30%-gekürzung kommen, fragen Sie die Griechen. Was dann sagen wir nicht, wissen wir nicht. Aber wir können ja jetzt mal rechnen. Vom jetzigen Brutto 43%. Nehmen wir ein Brutto von 2000. Davon zahlen Sie 400 Euro für die Sozialversicherungsbeiträge und Sie zahlen noch etwas über 200 Euro Steuern davon. Dann sind Sie bei 1400 Euro netto von 2000 brutto als Single. Und davon haben Sie dann 43% als Rente. Da bin ich aber gespannt, wie Sie Ihre Miete da weiter bezahlen. Und 40% der Deutschen haben ein Einkommen von 2000 Euro brutto oder weniger. 40%. Die können sich alle auf Hartz IV im Alter freuen, oder? Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 4,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger, die haben ein Grund zur Freude. 3 Millionen Arbeitslose. Helmut Schmidt hat damals gesagt, 2 Millionen Arbeitslose hielte ich für unerträglich. 3 Millionen Arbeitslose sind ein Grund zur Freude. Zu den 3 Millionen Arbeitslosen kommt noch eine Million, die nicht in der Statistik auftaucht, aber permanent in Umschulungen ist. In High Rotation, in Fortbildung und Umschulung. Also eigentlich sind es 4 Millionen Arbeitslose. Und dann sind noch alle, die über 58 sind, die sind auch nicht Arbeitslose, die sind einfach nur gekniffen. Wenn Sie über 58 sind und arbeitslos sind, tauchen Sie in der Statistik nicht auf. Und wenn Sie arbeitslos sind und krankgeschrieben sind, tauchen Sie auch nicht auf. 40.000 Arbeitslose sind permanent krankgeschrieben. Die sind auch aus der Statistik rausgerechnet. Dann haben Sie noch die 1 Millionen, die bei Leiharbeitsfirmen arbeiten, für zwei Drittel von dem Geld, das Ihnen eigentlich zustehen würde. 1,4 Millionen Aufstocker. Und dann haben Sie noch 6 Millionen Deutsche, die arbeiten für den Mindestlohn da. 6, 7 Euro. Die kommen auf 10.000 Euro brutto im Jahr. 835 Euro im Monat. Da gehen die voll für Arbeiten. Da zahlen Sie keine Steuern von. Aber Sozialversicherungsbeiträge. Die 20 Prozent für Krankenkasse, Renten, Pflege und Arbeitslosenversicherung zahlen Sie auch von 835 Euro im Monat. Da sind Sie wieder bei den 700 Euro. Wir reden von 12 Millionen Menschen, die von 700 Euro im Monat leben müssen. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Das sind 22 Prozent mindestens der erwerbsfähigen Bevölkerung, denen wir keine Stelle anbieten können, von der man sich selber ernähren kann, geschweige denn eine Familie. Und diese Leute verhalten sich ruhig. Das ist der Wahnsinn. Zwei Millionen Leute haben in Ägypten eine ganze Diktatur gestürzt. Was die bei uns ausrichten könnten, wenn die die mal zusammentun würden. Stellen Sie sich mal vor, eine Million würde permanent in Berlin demonstrieren, ums Kanzleramt rum. Die können sich ja abwechseln. Die können ja im Schichtdienst arbeiten. Sind ja genug. Die rufen den ganzen Tag immer Merkel weg oder Duktus raus oder irgend so was. Lobbyisten in die Produktion oder an die Bettpfanne oder man kann sich ja was einfallen lassen. Six Millionen Deutsche, die so lange auf die Straße gehen, bis man ihnen Löhne zahlt, von denen man leben kann. Da hätten sie Verkehrsbehinderungen, da sehnen sie sich nach der Flugaschewolke vom Eierfjaller-Jöckel zurück. Aber diese Leute verhalten sich ruhig. Und das ist das Wunder, Frau Dr. Merkel. Wir haben keinen Jobwunder. Das Wunder ist, dass die Menschen, die von Ihnen verarscht, werden sich hier ruhig verhalten. Das ist das Wunder. Jammern tun immer ganz andere. Jammern tun immer die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können, ohne auf was verzichten zu müssen. Die jammern immer rum. Der Spitzensteuersatz, das ist neben dem Islam das zweite große Problem in diesem Land. Der Spitzensteuersatz. Leiden Sie da auch so drunter? Jetzt gibt es Berufsgruppen, die sind direkt doppelt betroffen. Es gibt Ärzte, die können gleichzeitig darüber jammern, dass sie Spitzensteuersatz zahlen und überhaupt nichts verdienen. Das sind natürlich spezielle Ausbildungsgänge, das ist klar. Wie schrecklich das wirklich alles ist, habe ich ja auch erst letztes Jahr erfahren. Da war eine Riesendemo in Essen, die niedergelassenen Hausärztin demonstriert. Und da war in meiner Zeitung, auf der Titelsente, ein großes Foto von einem Hausarzt mit einem großen Holzkreuz auf der Demosee geschmackt worden. Ein großes Holzkreuz tut er vor sich her. Auf dem Querbalken stand Hausarzt, gleich 3,99 Euro in der Stunde. Da war ich so geschockt. Ja, haben Sie gewusst, dass Sie als Aufstocker arbeiten? Ich habe das nicht gewusst. Ich war so geschockt, ich habe direkt den ganzen Artikel gelesen. Und da stand dann drin, dass die niedergelassenen Ärzte, also die eigene Standesvertretung, die Kassenärztevereinigung hat gesagt, die niedergelassenen Ärzte hätten im Schnitt nach Abzug aller Kosten für die Praxis etwa 10.000 Euro Gewinn im Monat. Bei 3,99 Euro Stunden lang. Da ist mir klar geworden, die arme Sau geht 2.500 Stunden im Monat arbeiten. Also möchte ich auch nicht leben, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Kommen Sie in der 40 Stunden Woche nicht weit. Das sind 80 Stunden. Am Tag. Es gibt in dieser Berufsgruppe Menschen, die sind sich nicht zu blöd, nach so einer Veranstaltung zu kommen und sich zu beschweren. Herr Pispos, Sie operieren mit falschen Zahlen. Manche Kollegen haben nur 6.000 Euro im Monat. Ach, die arbeiten nur 40 Stunden am Tag. Ja, klar. Meine größte Sorge ist doch, dass die mit derselben Methoden, mit denen die ihren Stundenlohn ausrechnen, auch meine Blutwettwerte bestimmen. Und dann fällt mir mit Schrecken wieder ein, welche Ausbildung man Wirtschaftsminister hat. Dr. Philipp Rösler. Nur ist ein Doktor in Medizin als akademischer Grad sowieso nicht besonders viel wert, um das mal ganz offen zu sagen. Die meisten Doktorarbeiten in Medizin, der Kränzinger-Manistin nicht mal einen Prosenminatschein führen. Und die Doktorarbeit von dem Rösler, die soll so dünn sein, da können Sie nicht mal einen Plagiat drin verstecken. Der hat doch seine Facharztausbildung nicht zu Ende gemacht. Der wollte Augenarzt werden, bei der Bundeswehr. Der ist zum Bundeswehrkrankenhaus gegangen, hat als Stabsarzt gearbeitet. Ja, das ist doch mal eine Ausbildung, ne? Jetzt ist er Politiker. Der Rösler stellt die FDP neu auf. Als erstes hat er Steuersenkungen gefordert. Das ist mal was ganz Neues, ne? Ich meine, Steuersenkungen ist was, was die Deutschen elektrisiert. Bei der letzten Bundestagswahl haben die Deutschen ja ernst gemacht. 15% haben die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Und die FDP ist reingekommen. Und sie haben die Steuern gesenkt. Und sind trotzdem abgestürzt. Tja, zwei Drittel der FDP-Wähler hat gemerkt, scheiße, ich hab gar kein Hotel. Dann hat man gedacht, Sie haben es begriffen. Sie legen das Thema Steuersenkung in Act Acta. Da kommt der Rösler und fordert als erstes die Entlastung der kleinen, mittleren Einkommen der Steuersenkung. Die sind schon wieder dabei. Herr Rösler, wie wollen Sie denn die kleinen Einkommen der Steuersenkung entlasten? Die 12 Millionen, die ich eben aufhitzend habe, die zahlen überhaupt keine Steuern. Wenn Sie 18 Euro brutto im Monat verdienen, zahlen Sie als Single davon in Steuerklasse 1 193 Euro Steuern im Monat. Und Sie zahlen 360 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Wenn Sie diese Menschen in die Steuern um 10% senken würden, was ja völlig utopisch ist, da hätte der 19 Euro im Monat mehr, da wird der die Konjunktur derart ankurbeln. Parallel wird er noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung aufbauen. Sie haben mit Ihrer Regierung beim Wachstumsbeschleunigungsgesetz den Leuten die Steuern um 1% gesenkt. Da weiß der kleine Mann gar nicht, wo lege ich es denn diesen Monat an? Hilfe! Aber keine Sorge, die Krankenkassen haben Ihnen ja Vorschläge unterbreitet. Parallel zur Senkung von 1% bei der Steuer hat der Rösser die Gesundheitsreform gemacht, wo die Krankenkassen Zuzahlungen von bis zu 60 Euro im Monat nehmen durften. Auch für den Leuten, die 1.000 Euro im Monat verdienen. Man hat es den kleinen Leuten immer noch sofort wieder doppelt aus der einen Tasche rausgezogen, was sie in die andere Tasche reingesteckt haben. Können Sie sich noch erinnern, als Sie das begrüßtes Geld beim Arzt eingeführt haben? Die ganze Gesundheitsreform hat der Rösser sich damals von der Pharmaindustrie diktieren lassen. In Berlin nannten sie ihn das Pharmazäpfchen. Dann ist er ins Wirtschaftsministerium geflutscht. Die FDP klammert sich an den Zäpfchen im Kampf gegen den Untergang. Und vor der Landtagswahl in Berlin hat er dann mal versucht, die populistische Karte zu spielen, bei den Leuten schräg von hinten reinzukriechen. Der Mann ist Arzt und begreift nicht, dass sich Zäpfchen im Enddarm des Wählers auflösen. Ein abgebrochener Augenarzt, in mehrfacher Hinsicht abgebrochen, ja. Der will mir die Wirtschaft erklären. Ich werde sowieso schon ständig verrückt, wenn mir alle hier was erklären. Diese ganzen Wirtschaftsexperten, die machen mich ja wahnsinnig. Diese ganzen Prognosen. Wirtschaftswissenschaften ist für mich sowieso ein obskur, wie, wie, wawa, wo, wo. Das geht immer um Prognosen. Was wird, was kommt, wie es werden wird. Ja, da sind sie immer alle ganz groß. Und die machen uns verrückt mit den Prognosen. Erzählen sie den Menschen die ganze Zeit, dass im Alter die Rente nicht reichen würde, wundern sich dann, wenn die jungen Leute immer dicker werden. Ja, in Zusammenhängen denkt doch hier überhaupt keiner mehr. Wenn sie von klein auf jeden Tag gesagt kriegen, dass sie im Alter nichts mehr zu fressen haben. Da futtern sie sich instinktiv. Die jungen Leute bauen sich eine Bio-Riest-Rente auf. Man spricht doch von einer Bürgerversicherung. Dann kommt direkt die nächste Prognose. Wenn das so weitergeht, steht so in der Zeitung, das sind die Voraussetzungen für die Prognose, dass es so weitergeht. Sie wollten ja immer schon wissen, wie lange Ihre Fußnägel wären, wenn Sie die nie wieder schneiden. Wenn das so weitergeht, sind in 60 Jahren 80% der Deutschen schwerstübergewichtig. Oder in 80 Jahren 60%. Es ist auch völlig egal. Wer rechnet so einen Schwachsinn aus? Und wie schmuggelt man die Ergebnisse aus der geschlossenen Abteilung? Guck ich Abendnachrichten, da liest er mal vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Dann denke ich, au, jetzt habe ich Planungssicherheit. Das ist ja immer schön, ne? Der Herr Sarrazin hat sofort Prognose über 100 Jahre gemacht in seinem Buch. In 100 Jahren, Deutschland schafft sich ja ab, in 100 Jahren nur noch Moslems in Deutschland. Nur noch Moslems. Die Deutschen sterben doch aus, wir wissen es doch. Und die Moslems vermehren sich wie die Moslems. In 100 Jahren nur noch Moslems. Da soll ich dann Angst kriegen. Mich beruhigt das. Mich entspannt das. Ich mache mir jetzt gar keine Sorgen um die Umwelt. Der ganze Atommüll geht immer im Arsch vorbei. Du könntest ja 100 Jahre in die Moslems so drum ärgern. Was sollen wir jetzt für 16 Milliarden Euro, die lecken Fässer aus der Asse rausholen? Die Asse, die die Merkel damals auch genehmigt hat als Umweltministerin. 16 Milliarden soll der Spaß kosten. Lasst das Zeug da verrotten. Das ist unser Abschiedsgeschenk an die Enkel von Ahmadinejad. Da könnt ihr den Burka drum wickeln. Ist mir sowas von egal. Nach uns die Sinnflut stehen wir endlich zu unserem Lebensmotto. So leben wir hier doch sowieso. Nach uns die Sinnflut. So leben wir hier seit 30 Jahren im Westen. Wir verbrauchen die Ressourcen dieses Planeten, als wenn noch ein weiterer Reserve wäre. Und das ist nicht neu. Das wird seit 30 Jahren gesagt. Wir fahren zu viel Auto, wir fressen zu viel Fleisch. Eine Kuh produziert pro Jahr so viel CO2 wie sie mit 15.000 Kilometer Autofahrt. Fleisch ist im Supermarkt zwischen billiger im Kilopreis als gute Tomaten. Und die bestehen zu 100% aus Wasser und können bei ihnen im Nachbargarten angepflanzt werden. Das Fleisch kommt aus Lateinamerika. Da wird erstmal der Regenwald abgeholzt. Da wird der Mais angepflanzt, in die Rindviecher gestopft. Und das wird noch alles nachher gebracht. Das ist immer noch billiger als rotgefärbtes Wasser aus dem Nachbargarten. Das ist Wirtschaft. Großartig. Der Mais, der nicht mehr in die Rinder passt, den tun wir ins Auto. Wir sind ja ökologisch bewusst, das haben die Grünen durchgesetzt. Biosprit, dann sagt der Afrikaner, guck mal, da fährt man Mieteressen. Essen auf Rädern, haben wir alles erfunden, ja klar. Wir fressen zu viel Fleisch, wir fahren zu viel Auto. Wenn wir das nicht ändern, wenn wir unsere Lebensstil nicht wirklich umstellen, dann wird der Klimawandel nicht aufzuhalten sein. Dann steigt der Meeresspiegelebner. Mache ich jetzt mal eine Prognose. In 100 Jahren, Deutschland voller Moscheen und die stehen unter Wasser. Die paar Deutsche, die noch da sind, haben vorgesorgt. Fett schwimmt oben. Und die armen Moslems werden sich ärgern, dass ihre Töchter vom Schwimmunterricht abgemeldet haben. Prognosen, so was lächerliches. Wenn ich das Wort Konjunkturprognose schon hört, drehe ich ja Pickel. Zwei Mal im Jahr machen die eine Konjunkturprognose. Kennen Sie doch die Frühjahrsweise und die Herbstzeitlosen. Machen die seit 40 Jahren zwei Mal im Jahr eine Prognose. Davon hat noch nicht eine einzige gestimmt. 80 Versuche, kein Treffer. Irgendwann gibt man doch mal auf. Liebe Professorin der Wirtschaftswissenschaft, wenn der IQ auch nur leicht über der eigenen Körpertemperatur liegt. Dann sagt man doch irgendwann mal, wir wissen auch nicht, was nächstes Jahr ist. Warum fragt ihr immer wieder? Da gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex, der wird sogar jeden Monat veröffentlicht. Jetzt gerade diese Woche wieder. IFO-Geschäftsklimaindex. Ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennst du, da klopfen wir so drauf, da macht der Zeiger Brrrr. Das kommt in der Tagesschau, das ist Titelthema in der Tageszeitung. IFO-Geschäftsklimaindex. Wissen Sie, was das ist? Die Mitarbeiter dieses IFO-Institutes München telefonieren einmal im Monat mit 7000 ausgewählten Managern und Unternehmern und befragen die unter anderem vor allem nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Daraus errechnet der promovierte Pöbel einen Index. Mit einer Stelle hinterm Komma. Achten Sie drauf. Und dann steht in Ihrer Zeitung im Artikel, der IFO-Geschäftsklimaindex ist stärker gestiegen oder gesunken, als von Experten erwartet. Das heißt, es gibt auch nur Experten, die dafür bezahlt werden, dass sie erwarten, was denn die anderen wohl erwarten. Das machen die nicht für 4 Euro in der Stunde. Merken Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind. Wirtschaftsexperten, da haben sie intelligentere Lebensformen zu Hause auf ihrem Duschvorhang. Kein Mensch weiß, was in einem Jahr ist. Weder in Griechenland noch hier. 15 Jahre ist ein völlig unüberschaubarer Zeitraum politisch gesehen. 15 Jahre, solange war nicht mal das tausendjährige Reich. Kohl war länger als das tausendjährige Reich. Nicht nur gefühlt. 15 Jahre aus unserem Leben, wie die Welt sich da verändert hat, nehmen wir 1990 als Startpunkt. Da können wir uns erinnern, 1990, die Wende, die Wiedervereinigung, unsere Aufbruchstimmung, da war doch richtig Deutschland ganz oben, wir waren sogar Fußball-Weltmeister. Also richtig, nicht bei den Frauen. Und wir waren... Oh, da sind aber einige, der ist auf Buh umgestiegen nach den Rippenstößen hier. Franz Beckenbauer, die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs. Ja, da kommt Sylvia Neid auf. Der stand damals im Fernsehen und sagte, wir werden jetzt über Jahrzehnte im Fußball unschlagbar sein. Jetzt, wo die Ostdeutschen mit dabei sind. Danke, Berti Vogts. Das ist die Lehmann-Bank unter den Tränen. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger, also Conan der Barbar, Gouverneur von Kalifornien, wir sollten uns schon große Sorge um Cindy aus Marzahn machen, meine Damen und Herren. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Hör mal, Junge, ich kenne Legoland. Lettland, das gab es damals doch gar nicht, oder? Das war doch alles noch der Russe. Wissen Sie noch, der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Das kennen die jungen Menschen gar nicht mehr, ne? Dann lächeln die jungen Menschen mich so freundlich an, was will der alte Mann, na jetzt schon wieder. Kennen Sie diesen Blick von jungen Menschen? Sie kennen diesen Blick, ne? Wenn die so freundlich gucken und denken, pass auf, gleich erzählt der wieder vom Krieg. Ich kenne diesen Blick, ich habe vor kurzem selbst noch so geguckt. Jetzt bin ich 54. Wenn ich aus meiner Studienzeit erzähle, ist das, wenn ich aus dem Schützengraben berichte. Da sehe ich meine Neffin imaginäre Panzer durchs Bild rollen. Ich habe 76 Abitur gemacht. Also 1900. Wir hatten noch Schreibmaschinen, die hatten nicht mal Stromanschluss. Hier im Westen, ja? Wollen Sie mich mal richtig alt fühlen? Erzählen Sie mal einem jungen Menschen von 1990. Mit ein bisschen Glück ist es sein Geburtsjahr. Sagen Sie dem mal 1990, da gab es kein Internet. Alle Telefone hatten Kabel. Alle. Nicht nur Festnetz. Wenn ich ehrlich bin, wir hatten auch kein Festnetz. Wir hatten ein Telefon. Das Kabel am Telefon war maximal drei Meter lang. Können Sie sich noch erinnern? Mehr hat die Post nicht erlaubt. Und fragen Sie jetzt bitte nicht, was die Post mit dem Telefon zu tun hatte. So viel Zeit ist nicht. Drei Meter langes Kabel, da konnte man nicht das Telefon nicht die ganze Wohnung schlören, im Wohnzimmer auf dem Sofa rumlöbeln und stundenlang telefonieren. Da sind ja auch ganze Möbelstücke ausgestorben. Gehen Sie mal in den nächsten Möbelladen, verlangen Sie mal die Abteilung für Telefonhöckerchen zu sehen. Die hatten die früher sogar in Chippendale. Dann wurden die längeren Kabel erlaubt. Das war eine Revolution. Ich weiß noch genau, ich habe damals in einer WG gelebt, in Münster. Das längere Telefonkabel wurde erlaubt, bis zu zehn Meter langer Kabel. Man konnte aber nicht in ein Geschäft gehen, das längere Kabel kaufen und dann installieren. Das war ja nicht mit Steckverbindung. Das war ja alles verdrahtet. Keiner wusste, wie es verdrahtet war. Und selbst wenn man es gewusst hätte, man durfte an die Buchse ja gar nicht dran. Das war ja Post-Hoheitsgebiet. Man musste einen Antrag bei der Post stellen auf ein längeres Telefonkabel. Das wurde bearbeitet, so schnell es ging. Irgendwann aus heiterem Himmel kam einer mit dem langen Kabel. Ach, Sie sind ja mit der langen Leitung. Kommen Sie rein. Dann habt ihr das installiert. Das hat nochmal genauso viel gekostet wie ein Neuanschluss vom Telefon. Und dann haben wir jeden Monat noch eine Mietgebühr für das längere Kabel bezahlen müssen. Und das dauerte alles ewig und drei Tage. Warum? Weil während der ganzen Zeit stand ja noch der Russe vor der Tür. Was sahen die jungen Leute? Der Russe stand vor der Tür und ihr hattet kein Handy zum Fotografieren? Nein, die jungen Leute haben ganz andere Sorgen. Die jungen Leute gucken fast auslose und sagen, jetzt mal ohne Scheiß. Du meinst, es gab kein Wikipedia? Und wir haben die Hausaufgaben gemacht. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Dann ist einfach alles zu lange her. Ist auch völlig egal. Wichtig ist, wie erklärt man den jungen Menschen der Russe? Muss da erklärt werden, bevor wir den Alten erklären, was Wikipedia ist. Das können Sie aber auch googeln. Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat das auch nicht heimlich gemacht. Der Russe stand immer offen und ehrlich vor der Tür. Bei den jungen Menschen sitzt der Russe, solange die denken können, im Fernseher mit der Milchschnitte. Und dann kommt in Hamburg nach dem Auftritt ein 19-Jähriger und sagt, Pispas, Sie müssen ein bisschen genauer sein. Die Klitschkos sind aus der Ukraine. Ich sag, genau, Junge, das ist ja der Gag. Das war alles der Russe. Es gab ja nur diesen einen. Wer hat denn ja nichts damals? Und dieser eine Russe stand vor jeder Tür. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004, das ist der Russe mit der Milchschnitte im Fernseher, dann können wir doch jetzt mal spekulieren, wofür Al-Qaida bei uns Werbung machen will. Also ich tippe hier auf Überraschungseier, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir müssen über den Kapitalismus sprechen. Das fängt schon mit dem Wort an, das darf man ja eigentlich nicht benutzen. Man muss ja sagen, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wir leben in der freien, sozialen Marktwirtschaft. Wir sagen ja auch nicht Mörder, sondern um die Ecke Bringer. Das klingt sehr viel hilfsbereiter. Wie Sie das nennen, ist doch völlig egal. Entscheidend ist doch, was es ist. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass man mit Geld Geld verdienen kann. Das ist das Entscheidende. Deshalb sollte man auch Kapitalismus sagen, denn es geht eben nicht um freie Märkte. Monsanto strebt ganz offiziell die Weltherrschaft im Saatgutbereich an. Die großen Konzerne versuchen Monopole aufzubauen. Irgendwann werden fast alle Autos außer BMW, Mercedes zu VW gehören. 17 Margarinesorten, aber nur drei Hersteller. Dasselbe ist bei Waschpulver. Sie können bei Saturn einkaufen oder im Mediamarkt, aber Sie landen immer beim Metro. Tankstellen, die können Sie allerdings richtig gegeneinander ausspielen. Es geht in diesem Wirtschaftssystem nicht um freie Märkte. Es geht darum, dass man mit Geld Geld verdienen kann. Zins und Zinseszins. Das ist das Hauptmerkmal unseres Wirtschaftssystems. Und das ist ja das, wo gerade auch alles dran kaputt geht. Und das spüren die Menschen auch, und das haben die Menschen eigentlich immer gewusst. Denn Zins und Zinseszins führt zwangsläufig zur Verelendung eines großen Teils der beteiligten Bevölkerung. Das haben die Menschen früher schon gewusst. Und deshalb gab es in allen großen Weltreligionen ein Zinsverbot. Der Islam kennt das übrigens bis heute. Die islamischen Banken dürfen keine Zinsen nehmen. Die waren in dieser letzten Finanzkrise überhaupt nicht beteiligt, weil die sich an diesen wilden Spekulationsgeschäften nicht beteiligen dürfen. Die können auch Bankgeschäfte machen, aber halt ohne Zinsen. Im Christentum gab es früher auch mal ein Zinsverbot. Aber dann kam der Tag, als aus Christen Katholiken wurden. In der Bibel als Apokalypse beschrieben. Dass die mal mit einem Papermobil unterwegs sein würden, diese Reiter konnte ich ja keine Ahnung. Die Christen durften plötzlich Zinsen nehmen und der Kapitalismus wurde salonfähig und als Nebenreligion akzeptiert. Und inzwischen ist es unsere Hauptreligion. Das ist ja das Verrückte, was die geschafft haben. Die haben den Kapitalismus als neue Religion uns präsentiert. Denn die Menschen haben doch den Glauben im Western alles verloren. Wir glauben nicht mehr an den Weihnachtsmann, nicht mehr an den Osterhassen, nicht mehr an den Nikolaus, nicht mehr an den Klapperstorch. Aber die Menschen glauben fest daran, dass die freie Marktwirtschaft, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften, langfristig für alle Menschen von Vorteil sein wird. Sie sollten das lieber wieder mit dem Osterhasen versuchen. Aber das ist ja das Geniale, wenn sie es einmal zur Religion erhoben haben. Und deshalb ist es ja gut, wenn wir mit dem Gauk jetzt einen Pastor kriegen, der ist erklärt. Das passt. Es ist eine Religion. Und die Götter in dieser Religion und Kapitalismus sind Wachstum und Produktivität. Und die darf man nicht hinterfragen. Dann ist man sofort ein Ketzer und ein Spinner. Wachstum, das ist unser großer Fetisch. Beschäftigung durch Wachstum, das ist das Mantra all unserer Politiker. Es geht nur durch Wachstum. Aus jeder Krise kommen wir nur durch Wachstum raus. Beschäftigung durch Wachstum, das ist alles, was denen einführt, wenn Krise ist. Wir haben seit 20 Jahren mehr Zeug, als wir brauchen können. Wir Deutschen schmeißen 40% aller Lebensmittel weg, die wir kaufen. Von den anderen Sachen, da wird es ähnlich sein. Die meisten Sachen, die wir kaufen, brauchen wir nicht. Was können Sie Ihren Freunden denn noch zum Geburtstag schenken? Vielleicht einen Schrank, damit sie neue Sachen unterbringen können. Es ist längst von allem zu viel da. Auf dem Grabstall des Kapitalismus wird stehen, zu viel war nicht genug. Aber es muss immer mehr werden, jedes Jahr. Beschäftigung durch Wachstum. Das Wachstum der letzten 30 Jahre ist im freien Westen komplett mit Schulden finanziert worden. Wir haben die Einheit mit Schulden finanziert. Wir haben die letzten Konjunkturprogramme alle mit Schulden finanziert. Die Amerikaner haben alles mit Schulden finanziert. Nicht nur in Griechenland, auch bei uns und in Amerika. Alles nur mit Schulden finanziert. Jetzt haben wir eine Schuldenkrise. Wie wollen die aus der Schuldenkrise raus? Durch Wachstum. Wie soll das finanziert werden? Kennen Sie das Lied, ein Loch ist im Eimer? Aber Sie können nichts dagegen sagen. Es ist ja eine Religion. Und Sie müssen es auch nicht begreifen. Sie müssen es einfach nur glauben. Und dann kommen Sie mit diesen Sachen wie Bruttosozialprodukt. Und machen die Menschen völlig verrückt. Und einem Bruttosozialprodukt können Sie die Pervasität dieses Wirtschaftssystems erkennen. Dass es immer mehr werden muss, sonst geht es einem schlechter. Ja, 2009, Rückgang des Bruttosozialproduktes um 5%, da brach bei uns fast die Welt zusammen. Krise, 5% weniger Bruttosozialprodukt. In den Jahren davor ist das Bruttosozialprodukt jedes Jahr um 1% gestiegen. Das heißt, in 2009 hatten wir im schlimmsten Fall wieder das Bruttosozialprodukt von 2004. Können Sie sich noch an den Hungerwinter 2004 erinnern? Das ist doch alles Ballaballa. Und dann diese prozentualen Vergleiche. China hat so viel Prozent Wachstum, Irland hat so viel Prozent Wachstum. Wir haben nur so viel Prozent Wachstum. Prozentuale Vergleiche sind komplette Quatsch. Sehen Sie, wenn Heidi Klum morgen 50% ihres Gewichtes verliert, da gibt es keine Heidi Klum mehr. Wenn ich morgen 50% von meinem Gewicht verliere, da ist immer noch eine Heidi Klum über. Oder wahlweise zwei Skispringer. Aber es muss immer wachsen, ewiges Wachstum. Es ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Wir erreichen es unter anderem durch die Produktivität. Der andere Gott, Produktivität. mit immer weniger Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr herstellen. Und da waren wir Deutschen immer ganz vorne dabei. Und jetzt stoßen sogar die arbeitswütigen Deutschen an die Grenzen ihrer Produktivität. Die Menschen werden krank. Burnout, das war vor Jahren völlig unbekannt. Das ist heute eine Volkskrankheit. Die Menschen werden krank, weil sie Arbeit haben und überlastet sind. Die anderen werden krank, weil sie gar keine Arbeit haben. So tut der Kapitalismus was für alle. Kann man auch nicht meckern. Aber sie kommen aus der Nummer nicht raus, wenn sie innerhalb des Systems argumentieren. Wenn sie sich auf diese Wirtschaftsform mit Zins und Zinseszins eingelassen haben, müssen sie mit Wachstum und Produktivität arbeiten. Und das Rad muss sich immer schneller drehen. VW hat gesagt, um den Standort Deutschland zu halten, brauchen wir jedes Jahr 7% Produktivitätszuwachs. 7% Produktivitätszuwachs heißt entweder, stellen die jedes Jahr dieselbe Zahl Autos mit 7% weniger Mitarbeiter her. Das ist langfristig ein schwieriges Konzept. Oder aber die stellen jedes Jahr mit derselben Zahl Mitarbeiter 7% mehr Autos her. Das schaffen die auch, das versuchen die nicht, oder das schaffen die auch. Das Problem ist, das Zeug zu verkaufen. Das sind ja Exponentialkurven. 7% mehr als im Vorjahr. Das geht ja so steil nach oben. Schon ihre Enkel werden jeden zweiten Monat ein neues Auto kaufen müssen. Bei Handys ist die Situation längst erreicht. Es gibt seit 5 oder 6 Jahren mehr Handys als Deutsche. Vor allen Dingen sehr viel mehr Handys als Deutsche, die sie bedienen können. Aber Es ist ein Wachstumsmarkt. Es machen immer noch neue Handygeschäfte in den Fußgängerzonen auf. Die neuen Modelle kommen in immer kürzeren Abständen. Und sie müssen kaufen. Sie müssen die Konjunktur ankurbeln, indem sie Handys kaufen. Und kommen sie nicht mit dem ollen Argument, sie hätten nur zwei Ohren, sie bräuchten keine vier Handys. Sie haben ja auch mindestens 20 Paar Schuhe und nur zwei Füße. An der Stelle haben sie es doch begriffen, Gneefrau. An der Stelle haben zumindest Frauen eine angeborene, emotionale, kapitalistische Intelligenz. Frauen spüren tief in sich drin, wenn ich nur die Dinge kaufe, die ich benötige, geht die Wirtschaft kaputt. Wann kauft ihr Mann eine neue Hose, wenn sie sagen, die zieht sie nicht mehr an, oder? Tja, jetzt wundern Sie sich, dass alle lachen. Sie dachten, Ihrer wäre der Einzige, oder was? Wir Männer sind so. Wir ersetzen Hosen widerwillig, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Das nennt man nachhaltiges Wirtschaften. Frauen wissen, wenn sie nur die Klamotten ersetzen, die kaputt sind, dann würde Karl Lagerfeld verhungern und er sieht schon nicht gut aus. Wachstum, Produktivität, das alles erreichen wir durch den Fleiß, durch den unglaublichen Fleiß der Deutschen, also der Westdeutschen. Wir wollen ja immer korrekt bleiben. Ja, wir wollen doch ehrlich bleiben, als die Mauer aufging, ist doch hier nicht nur gejubelt worden im Westen, die haben doch viele gemeckert. Guck dich doch mal an, wie das da aussieht im Osten. Die können doch da gar nicht gearbeitet haben. Guck dich das doch mal an, da ist doch noch alles kaputt, wie direkt nach dem Krieg. Hier war auch alles kaputt nach dem Krieg. Wir haben mir die Ärmel aufgekrammelt, wir haben das alles hier wieder aufgebaut. Jetzt sind wir die da auch noch mit durchfüttert, obwohl die all die Jahre nichts gemacht haben. Da meine ich auch nicht ernst, oder? Guck dich doch mal die Städte da an, da sieht der aus wie den schlimmsten Teil von Süditalien, bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regenmarkt der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Es geht um die Verteilung, wie immer. Es ist immer darum gegangen, wer das leckerste Stück Fleisch kriegt, wenn was erjagt worden ist. Und wir alle wissen, dass es langsam ernst wird auf der Welt. Das ist der Effekt von Globalisierung. Wir haben auf der Insel der Seligen gelebt, im Schatten der Mauer. Jetzt ist die Mauer auf. Jetzt aber mit allen teilen, oder allen sollen sie leben wie wir? Glauben Sie ernsthaft, das wäre möglich? Wo sollen die Ressourcen herkommen? Sehen Sie mal, jetzt nehmen wir das System mal ernst. Das Wirtschaftswachstum können alle erreichen, wenn sie fleißig sind. Alle unsere Lebensstandards? Die alten G7-Staaten, das waren Westeuropa, 300 Millionen Einwohner, die USA knapp 300 Millionen, die Kanadier, glaube ich 70 Millionen und die Japaner 90 Millionen. Sagen wir 800 Millionen, pauschal. Da waren wir 4 Milliarden auf dem Planeten, 800 Millionen gehörten zu den G7-Staaten. Da haben wir mindestens 60 Prozent aller Ressourcen auf der Welt verbraucht. Rohstoffe, Nahrungsmittel, Energie. Jetzt sind wir gnädig, sagen wir, es waren nur 40 Prozent. Die Chinesen haben über eine Milliarde Menschen. Die Inder haben jetzt schon 1,4 Milliarden Menschen. Die wachsen nämlich noch schneller als die Chinesen, bevölkerungstechnisch. Die Pakistaner haben ein paar hundert Millionen. Da haben wir von den Arabern, den Afrikanern und den Lateinamerikanern noch gar nicht gesprochen. Ja, wir sind jetzt zwischen 7 Milliarden auf der Welt. Wenn die Chinesen es schaffen, durch ihren Fleiß unsere Lebensstandards zu erreichen, wenn VW es schafft, so viele Autos dahin zu liefern, dass die irgendwann so viele haben wie wir, pro Kopf, wo soll das Zeug herkommen? Dann brauchen die ja auch mindestens 40 Prozent der Ressourcen, wenn nicht mehr. Die Inder bräuchten auch 40 Prozent der weltweiten Ressourcen. Und wir bräuchten immer noch 40 Prozent der weltweiten Ressourcen. Da wird es schon eng. Einen Kuchen in 3 mal 40 Prozent aufzuteilen, das ist selbst für Wirtschaftsexperten wie Rösler keine leichte Aufgabe. Und da haben die anderen immer noch nichts. Wie soll es funktionieren? Es wird nicht funktionieren. Die Frage ist jetzt, wer kriegt was ab und wer nicht. Das ist das, worum es in dieser ganzen Finanzkrise eigentlich geht. Es geht um Verteilungskämpfe. Und wenn die ganzen Länder in Nordafrika, die bis jetzt schöne Diktaturen waren und uns die ganzen Flüchtlinge vom Hals gehalten haben, denn sie wissen doch, dass wir Lager finanzieren seit Jahren, wo die Flüchtlinge, die es nicht auf die Seelenverkäufer als Mittel mehr schaffen, eingesperrt werden. Gaddafi, Ben Ali, Mubarak, die haben die Leute da einkassiert, die fliehen wollten. Die Lager finanzieren wir, das hat Otto Schilly noch angeleitet, wissen Sie das nicht? Otto Schilly, der alte Lagerkommandant, so lange ist das schon. Wenn diese Länder jetzt sagen, nö, wir sind jetzt Demokratien, wir finden Lager doof, lass die Leute da reisen, wo sie hinwollen, dann sehen wir hier sparsam aus, ne? Dann müssen wir eine Mauer bauen, dann sind wir gezwungen, eine Mauer zu bauen. Ja, ein anti-islamistischer Schutzwall, oder was wird das dann? Dann schießen wir auf die, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Können wir die Mauer schützen, schnell genug umschulen? Das sind die Fragen, die sich stellen. Sehen Sie, was jetzt in Griechenland abläuft, ist doch nur die Frage, kommen die Griechenland auf diese Seite von der Mauer auf die andere Seite. Das ist das, was hinter der ganzen Schuldendiskussion steht. Das Schuldenproblem ist, morgen zu lösen. Die EZB kann das Geld auch zur Verfügung stellen. Das muss nicht mal gedruckt werden, das sind doch nur Buchungsvorgänge. Das ist doch alles nur eine einzige Spielerei. Nein. Wo soll das Geld denn herkommen, wenn die EZB den Banken jetzt die ganzen Milliarden leihen? Meinen Sie, die EZB druckt das Geld wirklich? Oder die ruft bei der Merkel an und sagt immer, wir müssen jetzt wieder was einzahlen, wir müssen was verleihen hier? Das sind doch Buchungsvorgänge. Die Deutsche Bank leitet sich bei der EZB 50 Milliarden. Also schreibt die EZB in ihrer Bücher, die Deutsche Bank hat sich von uns 50 Milliarden gelegen. Und dann leitet die Deutsche Bank das den Griechen. Die EZB darf es den Griechen nicht direkt leihen. Das wäre gefährlich. Sagen die Wirtschaftsexperten von der Deutschen Bank. Weil die Banker können das besser kalkulieren, wer was verdient oder wer nicht akkrediten. Die EZB. Was passiert, wenn die Griechen nicht zurückzahlen können? Die Deutsche Bank muss zur EZB gehen und sagen, wir können es auch nicht zurückzahlen. Dann macht die EZB wieder ein Strichenbuch. Ist das Geld, das nie da war, wieder weg. Was ist, wenn sie es den Griechen in die Recke liehen? Hätte er mir dasselbe, ne? Der einzige Unterschied ist, dass Schmarotzerpack die Banken wäre nicht dazwischen geschaltet gewesen. Denn die Banken, die leihen sich für 1% Zinsen das Geld bei der EZB und nehmen bei ihnen auf dem Dispo 17%. Von der kleinen Marge müssen die leben. Und das hat ihnen nicht mal gereicht. Und dann haben sie angefangen, das noch mit Wetten und Spekulationsgeschäften zu toppen. Und 26% Rendite zu erwirtschaften. Da steht der Ackermann im Fernseher, er will 26% Eigenkapitalredite erwirtschaften. Und keiner sagt, Junge, das geht nur, indem man Banken überfällt. Und dann Spiekasino geht. Die sind ins Spiekasino gegangen. Und sie haben verloren. Und dann haben sie den Steuerzahler überfallen. Wenn Sie die Banker wie Ackermann fragen, welchen Ausweg wir aus der Krise nehmen sollen, das ist, als wenn sie einen Fuchs befragen, wie sie den Gänsestall sicher machen können. Das Geldproblem ist zu lösen. Geld kann man drucken. Geld ist nur Papier. Das Problem sind die Ressourcen. Das, was wirklich dahinter steht. Und das ist das, was eigentlich jetzt anstehen müsste. Das sind die Diskussionen, die geführt werden müssen. Wer darf welchen Lebensstandard haben? Müssten die Griechen wieder absacken? Auf das, was vor 30 Jahren war, wo wir da so schön Urlaub machen konnten. Für ein Apel und ein Ei, für drei Mark, ein ganzes Menü. Das war doch schön, ne? Diese romantischen Urlaubsfotos auch, ne? Wer das alte Ömer kennt, unter dem Olivenheim mit dem Krückstock, ganz gebeugt von harter Arbeit. Wenn die in ihre Kamera lächelt und die hat ein komplettes Gebiss, dann sieht die auch scheiße aus. Der ganze Aufschwung hat ja die Romantik kaputt gemacht. Wenn Sie jetzt der Merkel aber die Frage stellen, was ist mit der Verteilung, Frau Merkel? Mit wem teilen wir? Mit wem nicht? Verteidigen wir das, was wir haben? Oder geben wir was ab? Dann kommt die Merkel mit ihren Floskeln. Dann wird so ein Satz kommen wie, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz passt immer. Der ist grammatisch korrekt. Der ist völlig sinnfrei. Die Merkel hat mehrere von diesen Floskeln. Dann sagt sie manchmal auch, wir müssen dieser Frage geschlossen halt zeigen. Das funktioniert in Deutschland immer. Der Deutsche hat sehr gerne geschlossen. Alles andere interessiert er eigentlich gar nicht mehr. Wenn er das Wort geschlossen hat schon gehört, dann ist der Deutsche zufrieden. Der Deutsche hat es gerne geschlossen. Hose, Welt, Bild, alles muss geschlossen sein. Weltoffenheit, was Neues von der Welt, das kann der Deutsche gar nicht ausstehen. Deshalb war das so schön, als der Russe vor der Tür stand, man musste nicht raus. Alles war geschlossen. Das war wunderbar. Parteien müssen geschlossen agieren. Was für eine Vorstellung von Demokratie diese Medien uns präsentieren. Parteien müssen geschlossen agieren. Wenn in einer Partei diskutiert wird, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten. Und dann stürzt sie in der Umfrage sofort ab. Der Deutsche liebt Politiker, die auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss mit der Debattiererei. Jetzt müssen wir alle in einem Strang ziehen. Genau, sagt der Deutsche, die sollen alle in einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Die Hauptsitz, die ziehen da alle gemeinsam dran. Geschlossenheit, ein Wert in sich in diesem Land. Parteitage müssen ein Bild der Geschlossenheit abgeben. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind unsere journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur, würde es die Partei zerreißen, wenn nur einer antritt, dann ist es eine Wahl. Achten Sie darauf, wenn die Merkel inhaltlich überhaupt nichts sagt. Dann sagt sie vorneweg, und deshalb sage ich bewusst. Ich meine, das muss einem auch gesagt werden, dass die Frau bei Bewusstsein ist. Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst. Glückstag. Oder sie sagt, und deshalb sage ich hier, an dieser Stelle, also hier, nicht da oder da hinten. Oder ganz woanders. Ich sage hier, an dieser Stelle, ganz bewusst, die könnte auch sagen... Machen Sie die Probe. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen, drehen Sie einfach mal den Ton ab. Konzentrieren Sie sich ganz auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das für Ihren Augen. Und würzen Sie den Hund von L'Oreal aus dem einen Sketch. Ho, 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 ho. Und die kommt damit durch. Sie ist die beliebteste. Die Flowskull-Königin. Sie hat das nämlich begriffen. Sie hat begriffen, dass die Deutschen eigentlich gar keine Demokratie wollen mit Streiten, Diskussionen und Palaver. Die Deutschen hätten am liebsten einen König. Was sehen die Menschen in dem Gauk? Einen Übervater. Die Deutschen hätten gerne einen gnädigen, einen gütigen König. Wir hatten einen Baron in Griffweite letztes Jahr. Aber der war zu glitschig, den konnte man nicht packen. Können Sie jetzt ja sehen. In unbehandeltem Zustand sind die Haare das einzig Aufrechte an Guttenberg. Den König muss man vergessen. Wir haben halt Merkel. Die gibt Queen Mum. Sie nennen sie Mutti. Queen Mum lässt in der Sänfte das Land tragen und sondern hat ihre Sprechblasen ab. Wenn ihr die Sänfte trägt, ist der Merkel völlig egal. Das ist ja das Tolle an der Frau. Politisch ist die ja nicht festgelegt. Die kann mit jedem koalieren. Warten Sie es ab. Das ist der Unterschied zu den anderen. Die Konservativen können das mit jedem. Die machen Geschäfte mit jedem, solange sie im Geschäft sind. Andere haben Ideologien. Die wollen bestimmte Dinge nicht. Das kennt die Merkel nicht. Die ist pragmatisch. Die will Kanzlerin bleiben. Wer die Sänfte trägt, ist der Merkel völlig egal. Die ist taktisch. Geschickt. Die weiß auch, wenn man in einer Gruppe im Wald unterwegs ist und der Bär kommt, dann muss man, um zu überleben, nicht schneller laufen können als der Bär. Man muss nur schneller laufen können als der Langsamste in der Gruppe. Ich mache mir keine Sorgen um die Merkel. Die nächste Wahl, der kann die schon jetzt gelassen entgegensehen. Die CDU muss nur relativ stark genug bleiben. Rot-Rot-Grün kommt ja nicht. Und ob die wirklich Rot-Grün ist für Rot-Grün alleine reich, wenn die Piraten nicht ins Parlament kommen und die Linke mit dem Parlament sind, das werden wir ja noch sehen. Da kann die Merkel sich entspannt zurücklehnen. Hinterher kann sie sich wieder aussuchen, mit wem sie koaliert. Die SPD hat ja das kategorisch abgelehnt mit Rot-Rot-Grün. Dabei möchte der Werte das eigentlich seit Jahren. Es gibt in Hessen eine Rot-Rot-Grün-Mehrheit. Es gibt in Thüringen eine Rot-Rot-Grün-Mehrheit. Es gab im Saarland eine Rot-Rot-Grün-Mehrheit. Es gibt in Nordrhein-Westfalen eine Rot-Rot-Grün-Mehrheit. Es gibt in Hamburg eine Rot-Rot-Grün-Mehrheit und in Bremen eine Rot-Rot-Grün-Mehrheit in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wähler versucht das immer und immer wieder. Aber die SPD sagt kategorisch, nein, mit der Linken wollen wir nicht zusammenarbeiten. Da müssen wir ja Teile unseres eigenen Wahlprogramms umsetzen. Das kommt nicht in die Tüte. Höhepunkt war die Nummer in Thüringen, als der Althaus abgewählt wurde. Die CDU sollte endlich gestürzt werden in Thüringen. Was ist passiert? Die Linksplatte hat 27 Prozent geholt und die SPD etwa 17 Prozent. Zusammen konnte man die Konservativen ablösen. Da hat die SPD gesagt, nein, das geht so nicht. Wir können nicht akzeptieren, dass ein Linker hier Ministerpräsident wird. Da hat der Vorsitzende der Linkspartei, Bodo Ramelow, der ja auch vor Verfassungsschutz intensiv beobachtet wird. Sie wissen, was die machen bei Verfassungsschutz, ne? Die sagen ja, die werten nur öffentlich zugängliche Quellen aus. Die hören keine Telefone ab. Nein, die gucken Phönix. Die hören sich Landtagsreden an und Interviews und gucken, ob der Staat gefährdet ist. Da hat der Ramelow in Thüringen gesagt, wisst ihr was, ich muss nicht unbedingt Ministerpräsident werden. Wir können eine neutrale Person nehmen. Nehmen wir irgendeinen anderen. Die Linkspartei hat als stärkste Fraktion darauf verzichtet, den Ministerpräsidenten zu stellen und gesagt, es geht nicht uns darum, den Ministerpräsidenten zu stellen. Wir wollen einfach eine andere Politik. Und da hat der Matschi von der SPD gesagt, ja, dann erst recht nicht. Dann lieber Juniorpartner bei der CDU. So ist die Lieberknecht rangekommen und der Matschi ist halt Lieberknecht, als dass er was anderes initiiert. Und da kann die Merkel sich auch darauf verlassen. Warten Sie es ab. Die Merkel hat sich in der SPD-Sänfte durchaus wohl gefühlt. Und sie sendet die Signale doch jetzt auch schon wieder. Mindestlohn ist sie auch nicht mehr so ganz so dagegen. Warum nicht wieder mit der SPD? In der SPD-Sänfte war es schön. Und der Steinmeier ist der beste Sänftenträger, den Sie überhaupt kriegen können. Der hat das Temperament alles mit Valium vollgepumpt mit Rudolf Scharping. Wenn der Steinmeier die Sänfte trägt, da ruckelt nichts, da zuckelt nichts. Da kann er mal in der Pfütze kommen, da geht der einfach durch. Der Mann ist loyal, bis zur letzten Niere. Verstehen Sie mich nicht falsch, dass der seiner Frau eine Niere gespendet hat, ist fantastisch. Das ist bewundernswert. Was hat das mit seiner Politik zu tun? Der Mann spendet seiner Frau eine Niere und steigt in den politischen Umfragen um drei Prozentpunkte. Da haben die Berater sofort gesagt, welche Organe hat er noch doppelt? Aber kein böses Wort über die SPD im letzten Bundestagswahlkampf. Überhaupt kein inhaltliches Wort. Können Sie sich noch an den Wahlkampf der CDU beim letzten Mal erinnern? Auf den Plakaten stand überall nur, wir haben die Kraft. Wozu? In der FDP-Sänfte ist der Merkel doch von Anfang an schlecht geworden. Erst mit der Westerwelle dieses Gezicke da immer. Der Brüdele war ja auch nicht stabilisierend. Jetzt hat sie vorne den kleinen Rösler, hinten hängt der Nibel dran. Das ist doch alles nicht schön. Die Merkel hat schon früh aus der FDP-Sänfte zu den Grünen drüber geschielt. Schwarz-Grün. Machtoption Schwarz-Grün. Wurde immer wieder darüber geschrieben. Die Merkel hat sich zurückgehalten. Sie hat ja nichts gesagt. Und dann durfte Ole von Beuys es ausprobieren. Schwarz-Grün in Hamburg mit dem Segen der Kanzlerin hat Ole von Beuys Schwarz-Grün ausprobiert. Es ging in die Hose. In die Hose von Ole von Beuys. Muss man fairerweise dazu sagen. Ole von Beuys hatte keinen Bock mehr auf Politik. Er wollte lieber mit seinem 18-jährigen Liebhaber zusammenziehen. Das ist ein gutes Recht. Und der Ole von Beuys hat mehr Geduld bewiesen als viele in der CDU. Der hat gewartet, bis der junge Mann 18 war. Schwarz-Grünplatz in Hamburg. Und da hat die Kanzlerin vor anderthalb Jahren zum ersten Mal sich geäußert. Er hat gesagt, Schwarz-Grün ist ein Hirngespinst. Wir werden die bürgerliche Koalition zum Erfolg führen. Jetzt kommt der Herbst der Entscheidungen. Der Herbst der Entscheidungen bestand vor allen Dingen aus der Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke. Damit waren die Grünen endgültig außen vor. Ein halbes Jahr später kommt ein Erdbeben in Japan. Der Tsunami spült die Grünen in der Umfrage nach oben. Die Merkel sieht aus ihrer Sänfte ihren Koalitionspartner am Schlamm versinken. Oh, oh. Oh, 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 oh. Plötzlich sind die Grünen wieder attraktiv. Das ist Merkel, meine Damen und Herren. Durch einen Tsunami am anderen Ende der Welt wird für die Merkel aus einem Hirngespinst wieder eine Machtoption. Diese Frau ist komplett rückgratlos. Deshalb mache ich mir keine Sorgen um die. Die kann in jedem Varieté als Kontursionistin auftreten. Das sind diese Schlangemenschen. Die kann sich so verbiegen, die kann sich selbst am Arsch lecken. Das geht nicht ab. Und die Grünen können Sänfte tragen. Wachen Sie es ab. Für die Grünen ist die Sänfte das ökologische Vorbewegungsmittel überhaupt. Das ist doch auch eine Sensation, dass die Grünen jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das waren mal richtige Spinner. Können Sie sich noch erinnern? Die Grünen, die wollten mal raus aus der NATO. Die Piraten wollen nur kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Die Grünen wollen raus aus der NATO. Die waren keine drei Monate in der Regierung beteiligt. Da haben die die Soldaten weiter geschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Da habe ich ja begriffen, was raus aus der NATO für die Grünen heißt. Über die NATO hinaus. Die sind ja noch flexibler als die Merkel, oder? Die Grünen haben das Wirtschaftssystem voll verinnerlicht. Die gelten heute als eine Art sympathische FDP, wenn man sich sowas überhaupt vorstellen kann. Die reden auch von Beschäftigdurchwachstum. Der Ötchte mir erzählt denselben Unse wie der Rösler, auch mit derselben Sachkompetenz. Die kommen ja nur ein bisschen sympathisch herüber. Die haben die Position der FDP eingenommen. Die sind gegen Kernkraft, aber für Kaviar, warum nicht Kaviar? Natürlich Bio-Kaviar, handgestreichelter Stör, ist klar. Darf auch Kinderhand sein, macht dem Stör nichts aus. Die Grünen sind erfolgreich, weil sie begriffen haben, man rettet Kröten am besten, dadurch, dass man sie schluckt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen, wird sich nichts verändern. Ob schwarz-grün, schwarz-rot, schwarz-gelb, rot-grün, haben sie alle schon gehabt auch, oder? Fragen Sie mal einen Hartz-IV-Empfänger, was ihm lieber ist, rot-grün oder schwarz-gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedene Geschmacksrichtungen anbieten? Rot-grün kam 1998 dran. Da hatten wir jahrelang drauf gehofft damals. Das Kohl-Regime war weg. Die Umverteilung von unten nach oben sollte endlich aufhören. Was haben sie gemacht? Sie haben die Steuern für die Besserverdiener gesenkt. Erstmal haben Eichel, Schröder, Trittin und Joschka Fischer den Besserverdienern 10% der Steuer geschenkt. Sie haben die Einnahmen dieses Staates völlig ohne Not ruiniert. Mit dem Argument, wenn wir die Steuern senken, kummelen wir die Konjunktur an. Das war das Argument. Die Einnahmen verringern, damit es klappt. Sie haben die Unternehmenssteuern gekürzt, Sie haben die Körperschaftssteuer reduziert, die Kommunen sind damals fast pleite gegangen an der fehlenden Gewerbesteuer. Sie haben die Hedgefonds ins Land geholt, weil sie die Unternehmensverkäufe steuerfrei gestellt haben. Auf einmal war es interessant, Unternehmen aufzukaufen, mit Schulden zu kaufen, ein paar Leute zu entlassen, das Unternehmen mit Gewinn weiter zu verkaufen und den Gewinn steuerfrei einzustreichen. Das alles gab es vorher nicht. Das hat rot-grünes Land geholt. Und dann, als sie gemerkt haben, der Aufschwung kommt nicht, der Aufschwung kommt nicht, wir kriegen Probleme, was haben sie da gemacht? Anstatt die Einnahmen des Staates wieder zu stabilisieren, haben sie gesagt, wir müssen sparen und haben bei den kleinen Leuten die Kohle weggeholt. Hartz IV haben sie gemacht. Das ist fördern und fordern. Fördern bei den Reichen und fordern von den Kleinen. Das ist rot-grün. Und deshalb ist der Gauck auch ihr Kandidat. Natürlich. Rot-grün macht keine Politik für die kleinen Leute. Die gehören dazu, zur ganz, ganz großen Koalition. Und deshalb ist es egal, wer da mit wem, wann, wie und wo. Das sind alles Schaukämpfe. Ich mache seit 29 Jahren Kerberett über dieselben Themen. Ich habe diese Koalitionen alle schon hinter mir. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, die mixen wir in ständigen Wechseln auf Landes- und Bundesebene. Wir hatten auch schon Ampel und Schwampel und Hampel. Alles haben wir schon hier. Ich mache seit 29 Jahren Kerberett über Rente, über Gesundheit, über Bildung, über Staatsverschuldung, über Steuergerechtigkeit, über Arbeitslosigkeit. Jetzt zeigen Sie mir mal einen von diesen zentralen Bereichen, wo wirklich was besser geworden ist. Die Politik dieser fünf Parteien. Wo ist was besser geworden? Bei der Rente. Wie viele Jahrhundertreformen mit der Rente haben Sie schon hinter sich? Ist da was besser geworden? Was ist mit der Bildung? Wie viele Bildungsreformen haben Sie schon erlebt? Ist das, was es in den Schulen heute rauskommt, besser als vor 30 Jahren? Sind die Schulen besser? Was ist mit den Kindergärten? Ist da was besser geworden? Was ist denn hier beim Gesundheitswesen? Die Reformen im Gesundheitswesen, die jagen sich ja immer kürzere Abständen. Ist im Krankenhaus was besser geworden? Ist für die Ärzte was besser geworden? Ist für die Patienten was besser geworden? Wo ist was besser geworden? Alle jammern, alle meckern, alles wird immer schlimmer. Die haben nichts in den Griff gekriegt. Was ist mit der Arbeitslosigkeit? Ist da was besser geworden? Staatsverschuldung. Haben diese fünf Parteien in den letzten 30 Jahren die Staatsverschuldung auch nur einen einzigen Tag gesenkt? Dies explodiert, die Staatsverschuldung. Zeigen Sie mir einen Bereich. Steuergerechtigkeit. Wie oft haben die das Steuersystem schon transparenter gemacht? Man kann es kaum noch erkennen. Bitte zeigen Sie mir den Bereich, einen zentralen Bereich. Kommen Sie jetzt nicht mit Dosenfand oder grüner Punkt oder so was. Getrennt sammeln, vereint, deponieren. So ein Quatsch. Ich meine einen zentralen Bereich unserer Politik, wo durch die fünf Parteien irgendwas besser geworden ist in den letzten 30 Jahren. Ich gebe Ihnen sechs Wochen Zeit für die Recherche. Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Nieds des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann nichts besser werden, weil die sich alle innerhalb derselben Argumentationskreislaufes des kapitalistischen Wirtschaftssystems bewegen. Die glauben immer noch, dass es jeder schaffen kann, wenn er sich nur anstrengt. Man muss die Hartz-IV-Empfänger nur in den Arsch treten, damit sie aus dem Quark kommen. Jeder kann es schaffen. Dieser Mythos ist immer noch da. Jeder kann es schaffen. Und der Grieche ist selber schuld, wenn er jetzt im Dreck sitzt. Der soll da arbeiten. Jeder kann es schaffen im Kapitalismus. Ja, aber nicht alle. Sie wissen selber, dass es jede Menge Berufe gibt, wo sie sich in A-Stamm abhalten können und niemals auf den grünen Zweig kommen. Weil Kapitalismus ist wie Lotto. Da kann auch jeder Millionär werden, aber eben nicht alle. Immer nur einer. Dieses Wirtschaftssystem führt zwangsläufig dazu, dass einer größeren Gruppe immer schlechter geht, einer kleinen Gruppe immer besser. Das war auch immer schon so. Und da hat es immer schon diese Niedriglöhner gegeben. Davon haben wir immer unseren Reichtum finanziert. Das kann man schön erklären am Beispiel des Billigregals von Ikea. Und der Mauer. Das Billigregal gibt es seit über 30 Jahren. Das konnte ich mal Studenten schon vom BAföG leisten. So billig war das Zeug. Warum? Ikea hat damals in der DDR produziert. Wusste ich damals nicht. Man hätte es ahnen können. Das Billigregal war ein typisches DDR-Produkt. Mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Aber es war billig, ne? Hätte Ikea in Westdeutschland mit westdeutschen Stundenlöhnen Möbel hergestellt, hätte sich kein Student bei uns das Zeug leisten können. Auch kein einfacher Arbeiter. Aber die Brüder und Schwestern im Osten, die haben für ein Appel und Ei gearbeitet. Die haben sich selbst das Zeug nicht leisten können. Weil alles exportiert worden ist. Die haben für kleine Löhne gearbeitet, das Zeug wurde exportiert. Die haben auch die Waschmaschinen, die Kühlschrecke hergestellt, die bei Otto vor seinem Neckarmann verkauft worden sind. Die haben auch die Jeans hergestellt, die bei uns billig gekauft wurden. Die haben sogar die Plastiktüten für Aldi hergestellt. In der DDR-Fabrik. Da gab es so eine Nachfrage, dass zum Teil sowjetische Soldaten ausgeholfen haben, die Plastiktüten für Aldi herzustellen. Die konnten sich das Zeug nicht leisten. Bei uns konnten das die kleinen Leute kaufen. Es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Und jetzt überlegen Sie mal, ziehen Sie von den 17 Millionen DDR-Bürgern mal die alten Leute und die Kinder ab, dann sind Sie genau wieder bei den 12 Millionen, von denen ich eben gesprochen habe. Die 12 Millionen, die im Niedriglohnsektor schuften müssen, damit es dem Rest gut gehen kann. Wenn Sie für 27 Euro nach Mallorca fliegen wollen, von einem Flughafen aus, dann muss ja einer für einen Euro die Kloß putzen. Sonst geht das nicht. Aber wenn er 27 Stunden putzt, kann er ja auch mal fliegen. Unter diesem System wird sich nichts ändern. Es wird alles immer schlimmer für einen Großteil der Bevölkerung. Das spüren die Menschen ja auch. Da kommt ja auch diese Angst her, diese diffuse Angst. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Und wie dieser Abgrund aussieht, das wissen wir auch, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Da können Sie sich angucken, worauf das hinaus darf, wenn man Kapitalismus konsequent betreibt. In den USA haben Sie inzwischen die Situation 99 zu 1. Ein kleiner Teil der Bevölkerung hat sich in speziellen Viertel verschanzt. Die haben eigene Wohnblocks, eigene Schulen für ihre Kinder, eigene Krankenhäuser, Wachpersonal in den Schranken. Demokratie in den USA, wenn Sie nicht schon Millionär sind, können Sie für nichts kandidieren da. Da sind die Millionäre unter sich bei der Politik. Ein immer größerer Teil der Amerikaner sitzt komplett in der Gosse. Ganze Viertel, wo die Polizei sich nicht mehr reintraut. Bei uns fängt es schon an, die befreiten Zonen im Osten. Die Mittelschicht in den USA löst sich langsam auf. Der Traum vom kleinen Häuschen des fleißigen Amerikaners und dem Studium der Kinder, der ist ausgeträumt für die meisten Mittelklasse Amerikaner. Die Leute haben keine Altersversorgung oder wenn, dann bricht es zusammen, weil ein großer Konzernplatte geht. Dann haben die ihre Altersversorgung verloren. Viele haben keine Krankenversicherung, aber die Amerikaner haben sie so bekloppt gemacht, dass die sogar gegen einen Präsidenten sind, der ihnen eine Krankenversicherung besorgen will. Da sehen Sie, wie der Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen worden ist. Das haben die Medien geschafft. Ganz ohne Diktatur. Ganz freiwillig. In Detroit, der alten Autostadt, ist es inzwischen so schlimm, dass die Bewohner zum Teil ihre Tod nicht mehr beerdigen können. Die legen die Toten einfach nachts im Dunkel auf die Straße. Da gibt es von der Stadt Detroit einen Service, der wird angeboten, da fahren die morgens um sechs mit einem Blastwagen rum, sammeln die Toten ein, und verscharren die irgendwo. Das sind keine Science-Fiction-Horror-Märchen. Das ist USA heute. Pro 1000 Arbeiter sitzen mehr Leute im Knast als in jedem anderen Land der Welt. Und trotzdem ist ein USA für junge Menschen, die Haupttudels-Sache immer noch Mord. Das ist Kapitalismus im Endstandium. Da rasen wir drauf zu. Wir sitzen in diesem Zug und sagen, äh, und die Merkel sagt, wir können den Zug nicht anhalten. Ja, können wir vielleicht doch die Schienen? Nein, die Richtung ist alternativlos. Und nicht nur die Merkel, alle anderen sagen das auch. Das ist das Verrückte. Die Politiker sagen alle, wir können den Zug nicht anhalten. Ja, wozu habe ich denn dann Demokratie? Ja, ihr könnt den Lokführer austauschen. Das ist das, was sie uns hier vorspielen. Eine Richtungswahl alle vier Jahre. Da plakatieren sie uns zu. Wir machen eine Richtungswahl. Wir tauschen den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir den Zug anhalten. Und sagen, wie wollen wir eigentlich wirklich leben? Wie wollen wir umgehen mit der Welt? Mit den Ressourcen? Was machen wir? Wie wollen wir wirklich leben? Aber das geht nicht. Den Zug anhalten, das geht im Kapitalismus nicht. Weil der Zug muss rollen, das Rad muss rollen, 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 rollen. Sonst bricht alles in sich zusammen. Den Zug können Sie nur mit der Notbremse anhalten. Und da hat der Deutsche viel zu viel Angst. Da sagt der Deutsche, Notbremse bist du verrückt, da kann man in der Kaffee in die Hose schwappen, da kann ja alles passieren. Das geht. Dann lieber Abgrund, da weiß ich, wie ins was kommt. Aus dem Hoffnung der Vieh, dem letzten Waggon zu sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Sehen Sie, der Deutsche ist ja der Mensch, der zum Arzt geht und sagt, der Doktor, was Sie verschreiben, das hilft nicht. Aber geben Sie es mir wieder. Ich kenne jetzt einmal die Nebenwirkungen. Das kann ja alles noch schlimmer kommen. Sehen Sie, Sie haben sich 16 Jahre lang im Kabarett bei Helmut Kohl totgelacht und haben ihn alle vier Jahre wieder zum Kanzler gewählt. Und das machen Sie mit der Merkel jetzt auch. Ich kenne Sie inzwischen so ein bisschen. Ist okay. Ich habe mich damit abgefunden. Der Deutsche ist wohl so. Der Deutsche ist ein Mensch, der immer in den selben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in den selben Scheißhaufen tritt und sich in einer Runde lang darüber aufregt, warum seine Schuhe so stinken und dass das so nicht weitergehen kann und dass jetzt was passieren muss. Und dann tritt er da wieder rein. Dann schimpft er wieder und dann tritt er da wieder rein. Ist auch eine Tradition. Wenn Sie dem Deutschen vorschlagen, macht doch mal einen Bogen in den Scheißhaufen, sei der Deutsche. Keine Experimente. Damit können Sie bei uns Wahlkampf machen. Keine Experimente. Sehen Sie, die machen in Europa jedes Jahr Umfragen, wo die Menschen einigermaßen zufrieden und glücklich sind. Und drei Länder stehen immer an der Spitze der Glücklichkeit. Die Skandinavier, ne? Schweden, Dänen, Norweger. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte und den größten steuerlichen Umverteilungen. Das, wovor wir am meisten Angst haben, das macht die Menschen glücklich und zufrieden. Doi, doi, doi. Wir haben Angst vor dem Aussterben. Und der Afrikaner hat ja schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und am Ende hat der Deutsche Angst davor, vor dem falschen Angst zu haben. Was wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte? Da weiß er nicht, wovor er mehr Angst haben muss, der Deutsche. Vor dem Aussterben, vor dem Schatten der Regierung, vor Al-Qaida, vor der Rentenlücke. Was wäre das Allerschlimmste? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich.